Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern und wie immer auch dieses Mal mit Florian. Und mit Ruth. Schönen guten Tag. Hallo, hallo. Das gibt's Neues, nicht viel, weil wir ja erst vor einer Woche miteinander geredet haben beim Aufnehmen. Es ist irgendwie alles ein bisschen durcheinander gekommen mit, ja, kennen wir ja auch nicht mehr aus, wo wir jetzt eigentlich sind, wann das veröffentlicht wird, sind wir schon im Sommer, ist das schon extra? Nein, nein, nein. Das Problem ist, dass wir halt die Frechheit besitzen, Sommerurlaub machen zu wollen. Und damit das passiert und dann blöderweise uns so getimt haben, dass wir nicht parallel Sommerurlaub machen, sondern ich im Juli und du im August. Ja, ja, it's like herding cuts. Wir haben besser planen müssen und deswegen zwei Monate vor uns haben, in denen wir nicht gemeinsam podcasten können. Und wenn jetzt trotzdem noch Podcasts erscheinen sollen in diesen zwei Monaten, wir halt alles davor aufnehmen müssen. Deswegen sind unsere Aufnahmen ein bisschen gedrängt und deswegen haben wir auch nicht so viel zu erzählen, weil wir ja erst vor einer Woche aufgenommen haben. Naja, oh ja, naja, oh ja. Also es gibt schon einiges zu erzählen. Es ist eigentlich schon einiges passiert seit der letzten Folge, vor allem als quasi Nachtrag zum Thema, weil du hast ja über schwarze Löcher geredet. Immer wenn wir über schwarze Löcher reden, dann gibt es irgendwie Action. Okay. Also dann passiert irgendwas, kommt mir vor. Also es gibt dann auch immer recht viel Feedback, also Leute, euch interessieren einfach diese dunklen Dinge da draußen im Weltraum, ja. Ja, verstehe ich. Aber nicht nur das. Hast du mitgekriegt, dass kaum, dass wir die letzte Folge über die kleinen, primordialen, potenziell existierenden schwarzen Löcher aufgenommen haben, mitten im Praterstadion, das natürlich schon lange nicht mehr Praterstadion heißt, sondern Ernst-Happel-Stadion in Wien, im großen Fußballstadion in Wien, ein schwarzes Loch im Rasen erschienen ist. Ich habe gedacht, du kommst jetzt mit irgendwas wissenschaftlicher, da kommst du mit Fußball. Nein, aber es ist so lustig. Hast du das gesehen? Hast du das Video gesehen? Ich habe zwar kaum zu irgendwas, ich bin jetzt vor der Arbeit kaum zu Nachrichten gekommen, ich habe mitbekommen irgendwo auf irgendwelchen Postunion und Tagespresse, Satire, Nachrichtenseiten, dass da irgendwas mit einem Loch im Fußballrasen war, aber mehr auch nicht tatsächlich. Ja, es war sehr lustig. Es war wirklich, ich glaube, zwei Tage, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben oder nicht einmal. Das Wochenende war furchtbar scheußlich verregnet und zwar so richtig und es hat wirklich stark, 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 stark geregnet. Und dann war ein Länderspiel Österreich-Dänemark, war es, glaube ich. Und zuerst war mal ein Blackout vor dem Spiel plötzlich. Ein Blackout, einfach ein Stromausfall. Hat natürlich auch mit dem Gewitter und dem Starkregen zu tun hatte. Vermutlich sind ja irgendwo was durchgebrannt. Und auf jeden Fall musste das Spiel zuerst mal irgendwie verschoben werden. Da sind die Leute im dunklen Stadion gesessen, haben mit ihren Handys dann irgendwie Wellen gemacht und so ist es eigentlich sehr hübsch ausgesehen. Naja, auf jeden Fall haben sie das dann wieder auf die Reihe gekriegt. Das Spiel konnte stattfinden und kaum dass irgendwie der Schlusspfiff erklungen ist, hat sich mitten am Spielfeld im Mittelkreis ein schwarzes Loch im Rasen aufgetan. Und Leute, schaut euch das Video an, das ist urlustig. Einer von den Spielern ist dann mit dem Fuß in das Loch hineingestiegen und das ist wirklich so bis zum halben Unterschenkel in diesem Loch versunken. Aber er ist nicht spagettifiziert worden. Nein, er ist nicht spagettifiziert worden. Also es war natürlich kein schwarzes Loch, es war natürlich ja aufgelegt, haha, schwarzes Loch im Praterstadion. Warum sage ich immer Praterstadion? Das heißt ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr Praterstadion. Egal. Und es war, hat mit dem Starkregen zu tun gehabt natürlich und zuerst war es total mysteriös, ja, was ist da passiert? Und dann kam ein deutscher Rasenspezialist, der laut… Kein Astronom. Nein, kein Astronom. Laut Nachrichtenartikel, quote, mit einem Spezialgerät ähnlich einem Röntgen, unquote, den Rasen untersucht hat, um weitere Löcher auszuschließen. Wir alle wissen natürlich, dass schwarze Löcher im Röntgenbereich Strahlung emittieren. Also, meine Theorie, ein primordiales schwarzes Loch ist durch das Ernst-Halpel-Stadion gerauscht, oder? Ja, aber kannst du die gerne publizieren? Ja, wohl 1. April, Paper geht nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, erst nächstes Jahr wieder, ja. Ja, aber wenn du das ausreichend ernst kommunizierst, dann kommst du sicher irgendwo in diese ganzen U-Bahn-Zeitungen und wie die Quatsch-Zeitungen. Heute, Österreich und so weiter. Ihre Astrophysikerin aus Wien. Ja, in der Kronen-Zeitung war ich ja schon mal, aber glaubst du, das lohnt sich? Nein, mittlerweile ist ja auch schon die Aufregung ein bisschen wieder abgeklungen. Naja, es war das Grundwasser anscheinend, hat die nahe Donau, weil das Stadion ist quasi neben der Donau, da irgendwie durch den starken Regen viel Wasser, Grundwasserspiegel gestiegen, nach oben gedrückt und dann irgendwie ist da ein Loch entstanden. Also eigentlich ganz langweilig. Aber da wir weder ein Fußball-Podcast sind, noch ein pädologischer Podcast, brauchen wir eigentlich nicht uns um die Sorgen des österreichischen Fußballbunds kümmern, was mit dem Stadion… Das stimmt, selbst Spiel auch verloren, insofern. Wenn dieses Loch nur vorher erschienen wäre, dann hätte man es zumindest auf das schwarze Loch schieben können, oder? Aber so, nein, Österreich ist einfach schlecht im Fußball. Es gibt noch ein anderes schwarzes Loch, über das ich auch noch kurz reden wollte. Bitte, ja. Und zwar nehme ich ein echtes, also ein astronomisches, diesmal. Die Nachricht hat auch in der Telegram-Gruppe, in unserer wunderbaren Telegram-Gruppe, die Runde gemacht und es ist auch ein cooles Bild, nämlich ein Mikroquasar. V404 Zygni. Wie groß ist ein Mikroquasar? Ein schwarzes Loch mit den Ringen rundherum. Naja, es ist quasi ein Doppelstern-System und ein großer Quasar ist ja einfach ein großes, super massereiches schwarzes Loch in einem Galaxienzentrum far, far, far away, der gerade aktiv ist und jede Menge Material verschluckt und drum extrem hell in allen möglichen Wellenlängenbereichen und vor allem auch im Röntgenbereich strahlt. Und ein Mikroquasar ist jetzt quasi der Analog mit einem Stellan-Schwarzen Loch. Ah, okay, gut. Habe ich nicht gewusst, dass ich Mikroquasar habe. Ich glaube, ich habe den Begriff schon mal gehört. Na, da hast du schon ein neues Thema für deine Sternengeschichten, oder? Ja, ich könnte auch mal schauen. Mittlerweile habe ich so viele Podcasts, vielleicht habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, also mittlerweile vergesse ich Sachen, die ich schon mal gemacht habe. Sogar du vergisst Dinge. Ja, ganz viele. Es ist so weit. Na ja, nach zehn Jahren sei dir vergeben. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich cooles Bild erschienen von diesem schwarzen Loch, Mikroquasar. Also ich glaube, es ist einfach ein bisschen nur so wie immer in der Astronomie, dass man gern mit neuen Namen daherkommt für Dinge, die ja eigentlich eh gar nichts anderes sind als ein schwarzes Loch in einem Doppelstern-System. Naja, auf jeden Fall hat dieser Mikroquasar quasi auch Ausbrüche, Strahlungsausbrüche in Analogie zu einem großen Quasar, nur eben viel kleiner. Und es ist eben auch ein schwarzes Loch, das Material verschluckt. In dem Fall, weil es ein Doppelstern-System ist, schluckt das Ding Material von seinem Begleitstern. Okay. Und hat dann auch diese Strahlungsausbrüche, die quasi Quasar-artig sind, aber halt eben nur ein paar Größenordnungen kleiner, weil das halt alles ein paar Größenordnungen kleiner ist, auch das schwarze Loch selber. Und darum Mikroquasar. Aber was auf dem Bild, das auch in der Telegram-Gruppe jemand gepostet hat, zu sehen war, sind diese mysteriösen Ringe um das schwarze Loch, die mit dem Chandra-Weltraumröntgenteleskop beobachtet worden sind. Sind sie wirklich mysteriös oder hat einfach dabei gesagt, mysteriöse Ringe? Also weiß man, was es ist oder nicht? Ja, man weiß natürlich, was es ist. Also mit dem True Crime, das funktioniert irgendwie nicht mit der Astronomie. Wir wissen leider schon zu viel. Es ist nur medienmysteriös, aber nicht wissenschaftsmysteriös. Ja, es ist medienmysteriös. Aber es ist ein ganz cooles Phänomen. Es ist ein cooles Bild. Es schaut einfach sehr mysteriös aus. Und es ist also immer so, wenn dann verschiedene Wellenlängen natürlich da überlagert sind. Es ist ein, was zu sehen ist in dem Bild, ist ein normales quasi optisches Bild, also jede Menge Sterne im Hintergrund. Und dann das Röntgenbild natürlich in Falschfarben, in einem mysteriösen Blau, da irgendwie drüber gelegt. Und das schaut sehr lustig aus, weil auch das sind so Halbkreise. So konzentrische Ringe, die aber immer so in der Mitte quasi auseinandergeschnitten zu sein scheinen. Und ich glaube, das trägt auch sehr zur mysteriösen Natur dieses Bildes bei. So wie die Halbkreise im Strafraum eines Fußballplatzes? Ja, nice connection, Mr. Freistetter. Ziemlich genauso. In Wirklichkeit, wenn man sich das dann genauer anschaut, ist es natürlich überhaupt nicht mysteriös. Also, das Phänomen selber, es ist schon ein cooles Phänomen. Es ist nämlich ein Lichtecho. Ah, okay. Ja, und das ist so ein Ding, das hat man dann schon mal irgendwo gehört, aber ich habe das auch erst wieder neu nachschauen müssen. Und es ist aber eigentlich ziemlich cool, weil was da passiert, ist, dass die Strahlung, die bei einem dieser Ausbrüche, die dieser Mikroquasar hat oder hatte, 2015 war der letzte große Ausbruch dieses bestimmten Objekts, dass die Strahlung, die da rausgeschleudert wird, die trifft auf Staubwolken zwischen dem Mikroquasar und uns. Und von diesen Staubwolken wird das Röntgenlicht stark gestreut. Es wird quasi abgelenkt und kommt auf einem Umweg dann zu uns. Es wird von dieser zwischenliegenden Wolke abgeknickt, der Lichtweg, und darum erscheint das uns so, als wäre da ein Ring. Es ist eigentlich fast wie ein Regenbogen, so wie das Sonnenlicht vom Wassertropfen in unserer Atmosphäre abgelenkt wird und dann einen Ring erzeugt, einen farbigen. Es ist ein ähnliches Phänomen. Also natürlich Röntgenstrahlung und eine interstellare Staubwolke und so. Also schon ein bisschen anders, aber von der Vorstellung her. Das heißt, man kann sich so vorstellen, dass diese Röntgenstrahlung, die da bei diesen Ausbrüchen entsteht, sich natürlich von dem Objekt kugelförmig wegbewegt. So eine Art Lichtschale kann man sich vorstellen. Und wenn jetzt diese Schale dann durch diese Wolke fliegt, sehen wir diesen Ring, oder es erscheint, dass wir da einen Strahlungsring sehen von dem Licht, das abgelenkt wird von dieser Staubwolke. Und die mehreren Ringe sind einfach mehrere Staubwolken. Wohl, ja. Und dann sind die, die näher an uns dran sind, die Staubwolken, die näher an uns dran sind, erzeugen durch die Perspektive die größeren Ringe. Also der äußerste Ring wird von dem Material, das am nächsten an uns dran ist, erzeugt. Kann man aus der Struktur, aus der Größe, aus der Position der Ringe jetzt dann berechnen, wo genau die Staubwolken sind zwischen uns? Oder weiß man nur, dass da welche sind und die relativen Abstände? Naja, das kommt natürlich darauf an, wie deine Beobachtungen geartet sind und wie gut deine Daten sind. Aber du kannst damit die Staubwolken untersuchen, ja. Und was du auch kannst, ist, du kannst den Verlauf dieser Ausbrüche untersuchen. Ach, den zeitlichen Verlauf. Ja, genau, den zeitlichen Verlauf, weil du damit quasi verschiedene Zeiträume dieses Ausbruchs da in deinen Daten beobachtest. Ja, das Licht braucht unterschiedlich lang, es wird abgelenkt, wird unterschiedlich stark abgelenkt. Das heißt, das Licht kommt auf einem unterschiedlichen Weg, unterschiedlich langen Weg zu uns. Das heißt, ich sehe in diesen unterschiedlichen Ringen unterschiedliche Zeitpunkte. Ja, ich habe quasi eine Art historischen Verlauf von solchen Ausbrüchen. Und mit diesem Lichtecho, also das ist ein Phänomen, das es nicht nur bei diesen Mikroquasanen gibt, sondern bei allen starken, ja, Phänomenen, starken Lichtphänomenen, Supernova zum Beispiel. Genau, da habe ich schon ein paar Mal was gehört, darum ist das Lichtecho bei Supernova-Explosionen. Genau, das heißt, du hast eine Supernova-Explosion und dann beobachtest du da diese Ringe rundherum. Und bei der Supernova ist es natürlich auch extrem, extrem useful, da einen zeitlichen Verlauf quasi zu rekonstruieren. Du kannst damit vergangene historische Supernova-Events untersuchen. Weil du hast, das Licht kommt erst jetzt zu dir und die Supernova ist aber schon vor einiger Zeit explodiert und du siehst das quasi wie in einer Art Archiv. Und das ist eigentlich extrem cool, was man damit machen kann. Ja, allerdings. Dann ist es quasi fossiles Licht, kann man fast sagen. Ja, genau. Das Licht ist immer aus der Vergangenheit, aber jetzt habe ich noch vergangeneres Licht aus der Vergangenheit. Licht ist immer fossil. Naja, es ist vor allem, du hast in einer, mehr oder weniger in einer Beobachtung, unterschiedliche Zeiträume. Also es ist echt wie eine Art Bohrkernprobe, sagen wir jetzt mal, wo du die unterschiedlichen Schichten in einer Datenerhebung hast. Und so ist das auch bei diesem Lichtecho. Sind wir jetzt doch wieder bei der Bodenkunde angelangt. Ja, der Boden ist dein Freund. Naja, und genau, was noch dazu kommt, sind diese Spalten, diese mysteriösen Halbkreis verursachenden Spalten, quasi da, wo quasi diese Ringe aufzuhören scheinen. Die hören da überhaupt nicht auf, sondern das ist ein Relikt der Art und Weise, wie die Beobachtungen gemacht worden sind. Nämlich, das Objekt selber, der Mikroquasar selber, ist eigentlich zu hell, als der da auch drauf sein kann auf diesem Bild. Also um das Lichtecho abzubilden, wäre dir dein Detektor saturiert, wenn das Objekt selber auch drauf wäre. Und darum haben sie den Mikroquasar selber in die Spalte des Detektors, in eine der Spalten zwischen den Detektoren hinein gesetzt. Also sie haben den Detektor so platziert. Genau, sie haben es so belichtet, dass die Quelle selber nicht drauf ist auf einem der Detektoren, sondern dazwischen, in einem der Spalten zwischen den Detektoren. Und darum hast du natürlich auch diese Spalte im Lichtecho, weil da einfach der Detektor aus war. Genau, also der Quasar selbst war zu hell und darum haben sie ihn ein bisschen abgedeckt. Und diese Abdeckung sieht man da als die Unterbrechung in den Ringen. Ja, genau richtig, so ist es. Also das hat eigentlich überhaupt nichts Mysteriöses an sich, sondern das ist nur die Art und Weise, wie es beobachtet wurde. Aber cooles Phänomen, diese Lichtechos, das ist, vielleicht machen wir da mal eine eigene Folge drüber. Genau. Das ist schon fetzig, ja. Okay, na, soviel noch zu diesem schwarzen Loch Nachtrag, zu dem, was schwarzes Loch technisch seit unserer letzten Folge passiert ist. Weiter geht's, Florian. Irgendwie, es kommt noch nicht so richtig Feierlaune auf, aber weißt du, dass das eigentlich unsere zweite Geburtstagsfolge heute ist? Genau, das ist sie, ja. Diese Folge wird veröffentlicht am 21. Juni und unsere allererste Folge erschien am 23. Juni. Also wir haben jetzt wirklich zwei Jahre lang diesen Podcast hier gemacht. Yay! Es ist ein bisschen, ja, bei unserem ersten Geburtstag, da waren wir ja bei dir im Baden. Im Garten. Im Garten, und das war wunderschönes Wetter. Ja, wenn wir jetzt bei mir im Garten sitzen würden, dann würden wir nass und es ist kalt und es wäre windig. Da hätte man nicht so viel Spaß. Nicht mal ein paar Eichhörnchen zum sich darüber erfreuen. Es ist leider, es ist leider wirklich grauslich, grau, ekelhaft draußen und irgendwie ist das drückt schon ein bisschen die Stimmung, oder? Ja, aber wer weiß, wie das Wetter am 21. sein wird, wenn diese Folge erscheint. Und wir feiern ja auch, das kann man dann eh später nochmal bei den Fahnschlägen ankündigen, aber wir feiern am 24. Juni ja auch im Wiener Prater auf der Arena-Wiese zwei Jahre Universum und 500 Folgen Sternengeschichten. Das heißt, da wird das Wetter ja dann absolut großartig und hervorragend sein. Und da können wir dann auch wirklich feiern und uns lachend zurückerinnern an diesen düsteren Tag, wo wir das hier aufgenommen haben. Das ist jetzt schon eine ziemliche Herausforderung an die Wettergötter, was du da gerade machst, gell? Shit. Naja, werden wir sehen. Also wenn das Wetter wirklich schlecht ist, findet man sich ja auch einen netten Ort, um nochmal ordentlich nachzufeiern. Hausparty bei Rot, wo zieht ihr euch nebenan? Yay, die beste Dachterrasse der Welt, wie ihr ja mittlerweile jetzt auch schon wisst, nachdem ich euch letztens von meiner Corona-Dings. Übrigens, herzlichen Dank für all die Genesungswünsche, meine Lieben. Es ist schnell wieder vorbeigegangen. Und es geht mir gut. Nur das, da saß es nur nebenbei. Und ich habe mir gedacht, um die Stimmung ein bisschen zu heben, machen wir uns ein Geschenk, oder? Ja. Was gibt es denn als beinahe Geburtstagsgeschenk von unserem aller neuen Lieblingsteleskop bald zu sehen? Ich weiß nicht, was gibt es denn zu sehen? Na eben, wir wissen es noch nicht. Ach so, ein tolles Geschenk. Tolles Geschenk. Naja, was, ein Geschenk ist verpackt. Und kriegst du normalerweise Geschenke, wo du sofort siehst, was es ist? Manchmal schon. Echt? Es kommt auf einmal, was es ist. Keine Ahnung, wenn ich dir jetzt irgendwie hier ein Fahrrad schenken würde, dann würdest du auch sehen, was es ist. Hast du, ah, ja. Nur zu? So ein Beispiel. Ja, okay, es gibt da Ausnahmen, aber bei den meisten Geschenken weiß man natürlich nicht, was sie sind, bevor man sie aufmacht. Und ich finde es bei Geschenken ja auch immer super, dass man zuerst mal raten muss oder sich überlegt, was es sein könnte, bevor man es aufmacht. Ja, meistens sind es Bücher. Bei dir? Ja, oft. Naja, schon? Naja, gut, aber du liest ja auch ungefähr fünf Bücher am Tag. Also sei froh, dass dir Leute Bücher schenken, sonst hättest du nichts mehr zum Lesen. Was wir jetzt machen, ist auch ein bisschen unser Geburtsgeschenk, dass wir erst ein bisschen verspätet, nämlich am 12. Juli vom James Webb Space Teleskop geliefert bekommen werden, dass wir das ein bisschen, naja, raten, was da denn drin sein könnte, bevor wir es dann tatsächlich in zwei Wochen aufmachen dürfen. Vielleicht hat es ein Buch fotografiert. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Na gut. Obwohl ein Buch wäre wahrscheinlich, die Strahlung eines Buches wäre wahrscheinlich im Wellenlängenbereich, die es James Webb beobachten könnte. Aber nein, es gibt Leute, also falls ihr jetzt euch denkt, worüber reden die Wahnsinnigen, das erste Bild, beziehungsweise es ist ja nicht einmal das erste Bild, sondern die erste Bildergalerie. Es wird eine Selektion an verschiedenen Bildern sein, die wir vom James Webb Teleskop Team natürlich schon aufbereitet und so weiter und so fort bekommen werden. Ja, und es wird, ich glaube, sie werden einfach all die Themen, die das Teleskop ja auch sich anschauen wird, da irgendwie von jedem Thema ein Bild vielleicht machen. Also Angebergalerie, wo sie sagen wie hier, das können wir und das können wir und das können wir auch noch und das können wir sowieso. Genau, und sie haben sich ja das jetzt schon wirklich lange überlegt. Also ich habe kurz irgendwie nachgelesen auf der NASA-Webseite, dass sie ein Team, ein multidisziplinäres Team von über 25 Personen seit 2017, quasi fünf Jahre, sich überlegt, was wir da, was genau die ersten Bilder sein sollten, könnten, am besten wären und in diesem Team sind nicht nur die Wissenschaftler, die Instrument Scientists und Imaging Specialists, Bildspezialisten, Bildgebungsspezialisten und Instrumentwissenschaftler. Und ach schau, das bringt überhaupt nichts, wenn ich mich bemühe, Deutsch zu reden, kommt nur Blödsinn dabei raus. Ja, egal. Aber nicht nur die, sondern eben auch Schriftsteller und Künstler sind quasi in dem Team involviert. Okay. Und die gerade jetzt, as we speak, einen Monat lang nach dem sorgfältig erstellten Zeitplan an der Produktion dieser ersten Bildersammlung und spektroskopische Daten arbeiten. Also es werden nicht nur Bilder sein, sondern sie werden auch irgendwie die spektroskopischen Daten aufbereiten in einer optisch ansprechenden Art und Weise. Das finde ich auch schon spannend. Es wird nicht nur ein Bild sein, sondern sie werden auch Spektren sehen oder was auch immer sie uns da zeigen werden. Es wird vermutlich irgendwas mit Exoplaneten sein. Es werden natürlich Galaxien sein, klar. Early Universe, die ersten Galaxien. Es wird jetzt nicht sofort gleich mal die erste Galaxie sein, aber einige der ganz frühen Galaxien in unserem Universum. Es wird irgendwas mit dem Life Cycle of Stars sein. Das ist ja auch ein Thema, finde ich, sehr gut gewähltes Thema, weil Life Cycle of Stars ist irgendwie so alles. Also ja, von Proto-Sternen, von gerade erst entstehenden Sternen, die noch in ihren Staubwolken eingebettet, eingehüllt sind, bis hin zu den sterbenden roten Riesen, die dann irgendwie Masse verlieren und so weiter. Also da wird irgendwie was dabei sein. Wenn du diese Künstler und Schriftstellerinnen erwähnt hast, weiß man, was die machen? Kommt da in einer List ein Gedicht vor oder wie läuft das dann? Naja, ich glaube, dass es eben nicht nur ein Bild sein wird, sondern ein Bild mit einer Beschreibung. Achso. Dass da vielleicht die Schriftsteller irgendwie hineinkommen oder dass sie eben, also ich glaube, es geht eher darum, bei diesem Team, glaube ich, geht es eher darum, sich zu überlegen, was ist es, was Neugierde und Vorstellungskraft der Leute packt und inspiriert, so wie es eben das Hubble in den letzten 30 Jahren gemacht hat. Und wo können wir da mit dem James Webb quasi anknüpfen und was ist es, was die Leute wirklich packt. Und ich glaube, da geht es mehr um dieses Brainstorming. Okay. Macht ja auch Sinn. Das ist absolut sinnvoll. Wir wissen es zwar nicht, aber wir können, glaube ich, wie bei einem echten Geschenk schon einmal so ein bisschen in die Richtung gehen und sagen, wir haben ungefähr eine grobe Idee, was auf diesen Bildern zu sehen sein könnte. Ja, wir werden es vermutlich erst nach dem Sommer Ihrem Podcast besprechen, aber… Das Beobachtungsprogramm steht schon, ne? Also wir wissen schon, was das James Webb in seinem ersten Jahr macht. Darüber haben wir auch schon ein bisschen geredet, ne? Mhm. Genau. In einer Folge. Haben wir. Wir werden sicher nicht lang warten müssen, bis wir die ersten Ergebnisse bekommen. Also es gibt auch im Dezember eine Konferenz, die, glaube ich, sogar gestreamt wird. Also vielleicht schaue ich mir das an. Ein first science result of James Webb. Und dann werden wir, sobald es etwas gibt, natürlich live für euch berichten. Naja, nicht ganz live. Aber das kann ja jetzt hier nicht deine Geburtstagsfolge gewesen sein, dass du sagst, es wird Bilder geben und wir wissen nicht, was drauf ist. Nein, überhaupt nicht. Das war nur das erste Geschenk. Ach so. Okay, okay, okay. Gut, gut. Das war das verpackte Geschenk. Ja. Ich habe gesagt, du musst den Schnaps rausholen, damit noch eine Party irgendwie aufkommt. Nein. Es gibt natürlich noch ein zweites Geschenk. Also ein Geschenk. Das war jetzt quasi das Geschenk, das verpackte, das, wo wir noch nicht wissen, was es ist. Ja, genau. Und ich habe mir auch gedacht, da, zweiter Geburtstag, was ist denn so in den letzten zwei Jahren passiert? Oder was gibt es etwas, was vor zwei Jahren losgegangen ist, so wie unser Podcast und was ich dann in den letzten zwei Jahren hatte? Das ist C-Wort. Oh Gott. Nein, es geht nicht um Corona. Okay. Sonst noch Ideen? Möchte ich raten? Nein, dann bitte, bitte mach du. Was ist jetzt ungefähr, was ist vor ungefähr zwei Jahren gestartet, abgesehen von Corona? Im Sommer 2020 ist es gestartet. Dann war es vermutlich eine Rakete. Eine Rakete. Ja, richtig. Eine Rakete mit einem Rover drinnen. Okay. Eine Rakete mit einem Rover und einem Helikopter drinnen. Okay, das grenzt schon ein bisschen ein. Ja. Das war die Mars-2020-Mission. Yes, genau. Genau. Ich habe mir gedacht, wir schauen einfach mal, was Percy und Ingenieure, Percy so getrieben haben. Weil da ist es irgendwie ein bisschen still geworden, oder? Naja, ich habe immer mal erzählt, dass sie den irgendwie 25. Flug gemacht haben mit dem Hubschrauber. In unserer 50. Folge, glaube ich, war das, habe ich das kurz erwähnt, dass dieser Hubschrauber, der eigentlich nur mal, wo nicht mal klar war, ob er überhaupt fliegt und die einzige Aufgabe, wissenschaftliche Aufgabe dieses Hubschraubers war es, zu schauen, ob er fliegen kann oder nicht. Und jetzt sind sie schon so oft geflogen, dass sie anfangen, Wissenschaft zu machen mit dem Teil. Also das ist deutlich erfolgreicher gelaufen als vorher. Aber was der Rover, was Percy gemacht hat und herausgefunden hat an Forschung, da habe ich jetzt gerade keinen Überblick. Also er ist gerade im Moment, er war auf dem Weg zu seiner nächsten Science-Campaign, also zu seinem zweiten Gebiet, das er untersuchen wird, sagen wir mal so. Also er hat seine erste Campaign quasi abgeschlossen. Es war eine große Pressekonferenz Ende 2021, im Dezember 2021 quasi, wo sie quasi das erste Jahr oder die ersten zehn Monate von Perseverance am Mars zusammengefasst haben. Und was hat Percy gemacht in der Zeit? Natürlich in erster Linie jede Menge Bilder. Was haben wir herausgefunden von diesen Bildern? Weil er macht natürlich nicht nur schöne Bilder, weil wir wissen wollen, wie es am Mars ausschaut. Also das auch. Es geht ja auch darum, Neues herauszufinden. Und er hat ziemlich interessante Sachen herausgefunden. Er hat bestätigt, dass es wirklich in der Vergangenheit große Mengen an Wasser auf dem Mars gegeben hat. Gut, das haben wir schon gewusst, aber gut, dass wir es nochmal wissen. Jetzt ist es quasi wirklich klar, zweifelsfrei. Ja, aber es wird vermutlich auch in den kommenden Jahren immer wieder Wasser auf dem Mars nachgewiesen Schlagzeilen geben. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile ist das schon so ein Running Gag, so ist es bei der NASA wahrscheinlich. Die denken sich auch, meine Güte, es störe das Jahr fast rum, wir müssen schon eine Schlagzeile rausschweißen. Ja, naja, man kann das halt auf viele unterschiedliche Arten und Weisen nachweisen. Ja, 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 eh, na klar. Die Schlagzeile ist dann immer Wasser auf dem Mars nachgewiesen, aber im Endeffekt geht es darum, was genau haben wir gefunden, das uns so sicher macht, dass es dieses Wasser gab. Und Perseverance hat jede Menge unterschiedliche Dinge gefunden. Also zuerst mal die Landschaft selber, er hat diese typischen abfallenden Geländestufen am Rand des Deltas gefunden, in dem er gelandet ist. Perseverance ist ja in einem ausgetrockneten Flussdelta oder am, nicht im, sondern quasi am Rand eines ausgetrockneten Flussdelta, das in einem Krater mündet oder gemündet hat, gemündet ist, da ist er gelandet. Und dieser Krater war halt mal ein See und da ist ein Fluss hineingeflossen und so weiter und so fort. Und wir haben diese Geländestufen, diese Abfallenden am Rand dieses Deltas gesehen, ziemlich genau so, wie sie auf der Erde ausschauen. Also dort, das Gelände am Mars, und das ist ja auch schon mal extrem cool, oder? Sieht eigentlich ziemlich genauso aus wie eine ausgetrocknete Erde. Es ist dort nicht so anders wie bei uns, also schon, aber es war dort mal nicht so anders wie auf der Erde. Wir haben Sedimentschichten gesehen, die man in den Bildern hoch aufgelöst, genau untersuchen konnte, ihren Verlauf und so weiter. Dinge, die natürlich wirklich nur durch große Mengen an Wasser verursacht worden sein können. Es hat Flashfloods gegeben, flutartige Überschwemmungen, nämlich durch die Felsbrocken, die sich in diesem Delta angesammelt haben, die angeschwemmt wurden, und die Felsblöcke, die auch quasi in diesen Geländestufen eingeschlossen sind. Riesige Felsen, die viel zu groß sind, als dass sie von diesem Fluss normalerweise transportiert hätten werden können. Das heißt, die einzige Erklärung ist, es gab Überschwemmungen, und zwar mit riesigen Wassermengen, die diese Boulder, diese Felsblöcke da wirklich quasi mitspülen konnten und transportieren konnten. Und man hat auch gesehen, wie die Wasserlevels, wie die Wasserhöhe in diesem See, in diesem Krater, sich verändert hat oder sehr unterschiedlich und verschiedene Arten und Weisen auch variiert hat. Also das Wasser auf dem Mars ist nicht nur langsam verschwunden, sondern es gab da immer wieder, oder am Anfang zumindest, in den Anfangszeiten, mehr und weniger Wasser und es war eine komplexere Geschichte, natürlich. Es ist ja immer so, wenn man sich irgendwas im Detail anschaut, kommt man immer drauf. Es war ein bisschen komplizierter, als man bisher gedacht hat. Also so viel zum Wasser. Und dann natürlich auch noch die Arten von Gestein, die Perseverance untersucht hat. Das ist natürlich die Frage, welche Art von Gestein ist da überhaupt am Kraterboden vorhanden? Was ist vorherrschend? Dieses Sediment, dieses vulkanisches Gestein, was Perseverance gefunden hat, ist Hinweise auf Magma am Kraterboden, also das vulkanische Gestein. Und wie hat Perseverance das rausgefunden? Mit einem Hammer und einem Meißel. Das ist weit gefehlt, weit gefehlt. Mit einem extrem coolen Instrument, das natürlich auch ein Akronym hat. Das Akronym ist nicht ganz so toll. Es heißt PIXL. Ja, na meine Güte. Es ist okay. Das ist nicht peinlich. Nein, stimmt. Das ist nicht cringe. PIXL, der Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry. Ein Röntgeninstrument und das untersucht die Zusammensetzung des Gesteins beziehungsweise macht eine extrem genaue chemische Karte von einem kleinen Stückchen, von einem kleinen Stückchen der Oberfläche des Gesteins mit Röntgenfluoreszenz. Dieses PIXL-Instrument ist am Ende des Roboterarms angebracht und das macht die Genauigkeit wieder mal. Man schaut sich das genau an und denkt sich, was ist denn das für ein Instrument? Denkt sich, was? Was machen die da? Das Ding macht ein ungefähr Briefmarkengroßes... Na, da wird jetzt kein Satz mehr draus. Ich gleiche doch immer noch mein Corona-Mesh-Brain. Das Ding erstellt eine Briefmarkengroße Karte, ja, Briefmarkengroße chemische Karte mit einer Genauigkeit von ungefähr 100 Mikrometern, ja. Okay, ja. Das Ding untersucht diesen Briefmarkengroßen Bereich in einzelnen 100 Mikrometer Abständen quasi, ja, und macht diese Bewegungen, das sind zwei Haaresbreiten übrigens, ja, diese Genauigkeit, auf zwei Haaresbreiten genau, macht es diese Bewegungen mit Hilfe eines Hexapods. Es hat sechs kleine Beinchen, auf denen das Instrument am Ende des Roboterarms von Perseverance am Mars sitzt und diese sechs kleinen Beinchen können sich so genau eben um diese zwei Haaresbreiten genau bewegen, sodass das Instrument den Bereich so genau quasi abtasten, abscannen kann. Das Ganze dauert ungefähr acht Stunden, also ein so eine Briefmarkengroße chemische Karte dauert ungefähr acht Stunden und das Ding kann auch nur in der Nacht arbeiten, weil am Tag wäre es quasi, oder die Unterschiede, die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht oder im Laufe des Tages würden zu Verformungen des Instruments führen, einfach thermische Bewegung des Materials, ja, die größer wären als diese zwei Haaresbreiten Genauigkeit natürlich, ja, weit größer, das heißt, das Ding kann auch nur in der Nacht arbeiten. Das heißt, das Teil fährt irgendwo hin, sucht sich einen netten Stein oder was auch immer und dann legt da sein Instrument drauf oder darf es in einem Arm drauf sein wahrscheinlich. Dann streckt es seinen Arm aus und das Ding hat eine künstliche Intelligenz, das heißt, er sucht sich selber die optimale Position für seine Analyse dieses Felsstückes, das es ausgewählt hat vorher durch Bilder natürlich, ja, und schießt dann seine Röntgenstrahlen drauf, bringt das Material zum Zurückleuchten quasi und kann so auf 100 Mikrometer genau die chemische Zusammensetzung und die genaue Kristallstruktur dieses Felsens untersuchen, ja. Und was es gefunden hat dabei, nämlich bestimmte Arten von Kristallen in einer bestimmten Anordnung, es hat Olivin in Pyroxen gefunden. Jetzt bin ich aber baff. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich muss mich jetzt bitte beruhigen jetzt nach diesem Schock, damit man kann es mal erklären. Auf diesem Schock, genau. Vielleicht gibt es ein paar Geologen unter euch, die jetzt gerade irgendwie machen für den Rest. Also ich wusste natürlich auch nicht, was das ist. Es sind bestimmte Arten von Kristallen quasi, die nur dann entstehen, wenn Magma quasi zuerst langsam abkühlt und dann mit Wasser interagiert. Ja. Und die Art und Weise, wie dieses Olivin, diese Art von Kristallen da in den Pyroxen eingeschlossen worden sind, die deutet eben darauf hin, wie das Wasser mit diesen Lavaströmen interagiert hat und wiederholt und so weiter. Und man kann daraus quasi rekonstruieren, wie sich dieser Kraterboden da irgendwie gebildet hat. Es ist natürlich immer noch wie so oft oder eigentlich wie immer. Ja, ja. We need more data. Und wir können natürlich auch erst die Samples dann so richtig auf der Erde untersuchen. Das heißt, wir müssen noch auf den Sample Return warten. Ja, es wird ja eine Rakete auf den Mars fliegen, die diese Gesteinssamples dann abholt, die Perseverance dann an einem bestimmten Ort, der noch nicht feststellt, verstecken wird quasi. Verstecken, hinlegen halt. Verstecken, ja. Wo ist das ein Verstecken? Vor wem soll es ein Verstecken? Ich habe mir gedacht, damit es niemand irgendwie… Nein, natürlich muss es nicht verstecken, sondern… Sicher ablegen. Sicher, danke schön. Sicher verstauen, genau. Wenn diese Samples dann zur Erde zurückkommen, kann man tatsächlich quasi die geologische, hydrologische Geschichte des Mars ziemlich genau rekonstruieren. Ja, aber so weit sind sie noch nicht, dass sie da jetzt wirklich schon eine genaue Rekonstruktion haben, sondern nur halt ein bisschen was Wissen aus den Daten. Oder kommt das sowieso erst, wenn sie das Zeug auf der Erde haben? Das kommt eigentlich erst, wenn sie das Zeug auf der Erde haben. Es ist ja wie so oft irgendwie, das haben wir gesehen, darauf deutet es hin und es ist quasi so ein erster Einblick in das, was passiert sein könnte. Aber um es zu bestätigen und so weiter und so fort, brauchen wir den Stein auf der Erde, um ihn genauer untersuchen zu können. Da müssen wir leider noch ein bisschen drauf warten. Also es wird diese Mission irgendwann in den späten 2020er Jahren zum Mars starten und dann Anfang 2030 oder Anfang des 2030er Jahrzehnts erst wieder zur Erde zurückkommen. Also vielleicht zum zehnten Geburtstag dieses Podcasts. Ja, schauen wir mal. Naja, und was Perseverance noch entdeckt hat, abgesehen von diesen, also welche Art von Kristallen wie im Gestein und wie hat das Wasser mit dem Magma interagiert und so weiter und so fort, was es noch gefunden hat, ist organische Moleküle im Gestein. Genau, da muss man jetzt immer das dazu sagen, was man dazu sagen muss, wenn in der Wissenschaftskommunikation von organischer Chemie, organischen Molekülen gesprochen wird. Das klingt immer so, als wäre da irgendwie so ein halber Regenwurm gelegen oder sowas. Aber es heißt einfach, es ist ein Molekül, wo Kohlenstoff drin ist. Das ist ein organisches Molekül. Also nichts Leben. Ja, aber es sind die Dinge, auf denen Leben aufbaut. Ja, das auch, ja. Aber es hört sich so gut an, wenn man schon sagt, organische Moleküle. Aber es stimmt natürlich, also es sind einfach organische Verbindungen, solche, die Kohlenstoff enthalten. Ja, natürlich noch nichts an sich mit Leben in unserem Sinne zu tun haben müssen, klar. Aber ein Hinweis darauf sein könnten, dass es dann natürlich möglich wäre, dass sich komplexere, aus diesen komplexeren organischen Molekülen auch die Vorformen von Leben dann gebildet haben. Ja, aber natürlich ist das, also das ist ja das, wonach Perseverance auch eigentlich sucht. Also eigentlich, er sucht natürlich nach vielen verschiedenen Dingen, aber die Spuren von vergangenem Leben sind hoch oben auf der Liste von Dingen, die Perseverance herausfinden soll. Und da geht es dann wirklich um Fossilien. Also das sind dann wirklich Spuren. Mikro-Fossilien. Also nicht, dass ich glaube, dass da so ein Dinoskelett-Publik ist oder sowas. Also Mikroben und so weiter. Und dann natürlich ja einen versteinerten Abdruck von einem Dino zu erkennen, viel einfacher als eine versteinerte Mikrobe, klarerweise ja. Aber immerhin, ich finde es schon auch, also die organischen Moleküle im Gestein ist jetzt nicht so… Ja, kommen wir davon, welcher? Weil Nikotin ist ein organisches Molekül. Benzol, Propen, alles so. Nikotin, du meinst, du hast ja irgendwann einmal eine Chick weggeworfen, oder was? Ja, ich wollte das sagen, Nikotin ist einfach ein Molekül, das hat eine Formel, da ist C drin. Und darum ist es ein organisches Molekül. Also es kann halt alles Mögliche ein organisches Molekül sein. Jetzt nicht unbedingt, auch die Diamant ist ein organisches Molekül, aber für Diamanten brauchst du sowas von überhaupt kein Leben. Da reicht irgendwie, ja, Druck und Temperatur. Nein, eh. Also das stimmt natürlich, dass Sherlock quasi diese, die organischen Moleküle bestätigt hat, die Anwesenheit der organischen Moleküle im Gestein bestätigt hat und nicht jetzt quasi neu entdeckt hat. Ich meine, das Curiosity hat diese organischen Verbindungen auch schon detektiert. Das wäre ja auch seltsam, wenn auf dem Mars nichts rumliegt, wo Kohlenstoff drin ist, aber natürlich kommt es darauf an, welche Mengen von welchen organischen Molekülen man gefunden hat und wo die herkommen könnten, ob die natürlich entstehen häufig oder ob die nur selten natürlich entstehen und so weiter. Also da muss man da wirklich genau auf die Chemie schauen, wenn man da mehr wissen will über das Leben, behaupte ich. Genau, und vor allem was Sherlock, dieses Instrument, das auf Perseverance sitzt und die Untersuchungen da macht, das auch natürlich ein Akronym ist. Und ihr liebt Akronyme, darum will ich es euch nicht vorenthalten, Scanning Habitable Environments with Raman, Luminescence for Organics and Chemicals. Sherlock. Genau, und die Kamera, die quasi zu Sherlock dazugehört oder Sherlock hilft, heißt Watson. So ist er. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, was Sherlock jetzt genauer herausgefunden hat oder wo Sherlock mehr herausgefunden hat als schon das Instrument of Curiosity, ist nämlich die genaue räumliche Verteilung, beziehungsweise so viel herausgefunden hat Sherlock noch nicht, weil Perseverance noch nicht an den wirklich, wirklich interessanten Gegenden war. Aber was Sherlock kann und wo dann auch noch neue Entdeckungen höchstwahrscheinlich kommen werden, ist es kann nämlich die genaue räumliche Verteilung, die vorkommen, diese organischen Moleküle, die Position in Verbindung mit den Materialien bestimmen. Also es kann quasi auch eben ähnlich wie das Pixelinstrument einfach eine viel, viel genauere Karte der Verteilung der Struktur dieser organischen Moleküle erstellen. Und wenn man dann einfach nicht nur irgendein organisches Molekül hat, sondern genau sieht, wo ist das, wie ist das angeordnet, was sind da noch für Dinge rundherum, was sind da für andere Substanzen rundherum, dann kann ich sagen, hey, das sieht wirklich so aus, als könnte das möglicherweise einmal eine Mikrobe gewesen sein. So in die Richtung, ja. Und das ist eigentlich auch genau das, wo Perseverance jetzt hingefahren ist, es ist jetzt weitergefahren, es war einen ganzen Monat unterwegs, fünf Kilometer, ziemlich lang, ja. Also es hat seinen ersten Sample-Ort verlassen, weil ich mir nicht aufgeschrieben habe, wie der hieß. Die haben ja alle diese Orte einmal. Chisero? Chisero? Also dort ist er gelandet. Okay. Aber das hatte auch irgendwie einen Namen. Na egal, ist ja wurscht. Jetzt ist er an der Delta Front angekommen, also am Rand des Deltas. Das heißt, das ist die Delta Front Campaign, die Perseverance jetzt angefangen hat oder bald anfangen wird. Und ja, war 31 Marstage, fünf Kilometer unterwegs bis zu seiner neuen Arbeitsumgebung. Und was er machen wird, ist auch extrem cool. Also er ist jetzt am Rand von dem Delta, also wirklich quasi dort, wo dieses Delta anfängt. Und so ein Delta, das ist natürlich ein Hügel eigentlich, ja. Also das mündet in diesen Krater hinein, in diesen See. Das heißt, er ist jetzt genau dort, wo quasi dieses Delta sich mit dem ehemaligen See-Krater-Boden, wo das Delta quasi aus ist. Das heißt, Perseverance wird da rauf fahren. Perseverance wird in das Delta hineinfahren, hinauf auf den Hügel, das das jetzt ist, fahren und Zeug untersuchen, das dort rumliegt, das natürlich dann von weiter weg quasi angeschwemmt wurde und mitgebracht wurde. Das Zeug sind Steine, bevor sich jemand irgendwie denkt, dass da irgendwie Äste, Flaschen, Schlamm, Schlauchboote, Einkaufswager und was auch immer es finden wird. Und hat dann einfach erstens eine noch interessantere Umgebung. Da, wo quasi wirklich mal der Schlamm des herangebrachten Materials aus diesem Fluss war, wo sonst würde man nach ehemaligen Mikroben suchen als im Schlamm eines Deltas. Also das ist der Prime-Ort für diese Untersuchungen. Und natürlich auch Dinge, die von weiter weg angeschwemmt worden sind. Also einfach ein ganz unterschiedliches Sample an Objekten, hätte ich jetzt fast schon wieder gesagt, an Gesteinen und versteinerten Dingen. Das heißt, da ist einiges an Neuigkeiten jetzt zu erwarten. Und was es auch eben tut, ist es sich jetzt gerade umschauen dort und einfach irgendwie den besten Weg nach oben suchen. Ich meine, ich weiß, das ist ein bisschen anthropozentrisch. Anthropomorphisierung. Anthropomorph. Ich denke mal, dann steht er irgendwie unten und schaut rauf auf dieses riesige Delta, auf diesen Hügel, der sich vor ihm oder ihr erhebt und denkt sich. Ich stelle mir eher vor, wie er da schon steht. So, hier bin ich da lang. Nee, das schaut blöd aus. Ich bin vielleicht da hinten rum. Kann er sich am Kopf kratzen? Geht das? Naja, er hat einen Kopf, also so eine Kamera und so einen Roboterarm. Das wird doch mal schon mit der Nase das machen, bitte. Kann der Hubschrauber nicht da rumfliegen und gucken, wo es am besten geht? Genau, da kommt Ingenuity ins Spiel. Ja, so ist es. Und das genau macht Ingenuity jetzt auch. Und du hast vorher gesagt, es ist seinen 25. Flug. Inzwischen hat es 26 Flüge gemacht. Na brav. Es hat nämlich selber auch seinen eigenen Geburtstag gefeiert. Es hat an seinem ersten Jahrestag seines ersten Fluges seinen 26. Flug absolviert und extrem coole Bilder gemacht. Das waren die Bilder von der Landekapsel und dem Fallschirm. Kannst du dich erinnern? Das war im April. Ja, ja, ja. Das war am 19. April. Und da hat es echt wirklich die gecrashte Backshell, also quasi ein Teil der Abschirmung. Hat es fotografiert und den Fallschirm, der daneben liegt, das schaut extrem cool aus. Und es schaut nicht nur toll aus, sondern natürlich kann man dann durch diese Überreste quasi genau rekonstruieren, wie die Landung verlaufen ist, ob es genau so verlaufen ist, wie man sich das gedacht hat. Und man kann dadurch zukünftige Landungen und zukünftige Landeversuche optimieren und sicherer machen. Also das allein ist schon cool. Es ist auch ziemlich weit geflogen. Das Ding, acht Meter hoch, 360 Meter weit ist es in diesem einen Flug, in seinem 26. und einjährigen Jubiläumsflug geflogen. Und insgesamt war das Ding mittlerweile, in diesem letzten Jahr, 49 Minuten in der Luft und ist über sechs Kilometer weit geflogen. Das hätte man sich auch nicht gedacht. Ja, das ist extrem cool. Es war ursprünglich nur für einen Monat konzipiert, das Ding. The Month of Ingenuity. Ja, es ist seit über einem Jahr unterwegs, funktioniert wunderbar einwandfrei und hilft jetzt Percy dabei, den besten Weg nach oben zu finden. Und es wird dann auch dabei helfen, die Position der Samples, dort wo es ist versteckt, zu finden. Also es wird irgendwie auch einfach die Landschaft untersuchen und einen idealen Hinterlegungsort für die Gesteinsproben finden. Das ist schon ziemlich cool. Und ein sehr cooles Ding, das Perseverance auch beobachtet hat, das war auch im April, am 2. April nämlich, das hast du bestimmt gesehen, die Sonnenfinsternis. Ach das, ja. Ja, ja, ich erinnere mich, ja. Haben wir darüber geredet? Ich glaube nicht, oder? Das ist ein super Video. Ein Ding, das ihr euch anschaut aus dieser Folge, lasst es das sein. Ein Video einer Sonnenfinsternis auf dem Mars. Und man schaut sich dieses Video an und sieht Phobos, einen der beiden kleinen Marsmonde, vor der Sonne vorbeiziehen und er ist natürlich zu klein, als dass er die Sonne abdeckt. Also er ist eigentlich ziemlich groß, er ist schon fast so groß wie die Sonne, obwohl er ja eigentlich nur 30 Kilometer Durchmesser hat. Also was ein Hundertstel weniger als ein Hundertstel von der Größe unseres Mondes ist, ist er so nah am Mars dran, dass er doch am Himmel einfach recht groß erscheint. Und man sieht diese unregelmäßige Form, diese unregelmäßige, dunkle, schwarze Form von Phobos vor der Sonne vorbeiziehen. Und wenn ihr glaubt, das Video ist zeitrafer, nein, ist es nicht. Das Ganze dauert nur 40 Sekunden, weil der Phobos so schnell unterwegs ist. Der ist so nah dran am Mars. Der braucht ja nur 8 Stunden einmal um den Mars herum. Der ist einfach so wahnsinnig schnell, weil er so nah am Mars dran ist, bewegt er sich irrsinnig schnell. Das heißt, du hast diese Sonnenfinsternis, die natürlich nicht total ist, die einfach wirklich nur 40 Sekunden dauert, so lange wie Phobos in seiner extrem schnellen Geschwindigkeit braucht, bis er da vor der Sonne vorbeiziehen ist. Ich finde das schon super. Live Sonnenfinsternis vom Mars. Aber das hat man gewusst vorher, dass das passiert. Natürlich, das hat er natürlich absichtlich hingeschaut. Ja, gut. Klar, ja. Und das bringt mich dazu zum letzten, noch ganz kurzen Thema. Noch ein Geschenk. Noch ein Geschenk. Ein Geschenk, das es aber erst im Dezember geben wird. Aber es passt so gut. Mars-Finsternis. Also, Perseverance hat eine Sonnenfinsternis vom Mars beobachtet. Wir können von der Erde aus am 8. Dezember dieses Jahr eine Mars-Finsternis beobachten. Und ich bin mir sicher, dass ihr sowas noch nie beobachtet habt. Ich überlege gerade, was bedeckt den Mars. Das heißt, es muss etwas sein, was zwischen uns und dem Mars ist. Und es muss selbst nicht leuchten. Das heißt, es kann eigentlich nur entweder sein, dass sich der Mond vor den Mars schiebt, von uns aus gesehen, oder dass zufällig ein Asteroid gerade richtig vorbeikommt. Good reasoning, Watson. Es ist natürlich der Mond. Also, ich weiß nicht, wie nah müsste ein Asteroid bei uns vorbeifliegen, dass er... Naja, der Mars ist im Wesentlichen auch nur ein Punkt. Stimmt. Und du hast ja so, also Sternbedeckungen durch Asteroiden. Das gibt es immer wieder mal. Und auch Pluto zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt war. Das muss irgendwie vor, ja, grob fünf bis zehn Jahre größenhandlungsmäßig gewesen sein. Da hat Pluto einen Stern bedeckt. Das war andersrum quasi. Da hat Pluto einen Stern bedeckt. Und dadurch hat man dann die Größe besser bestimmen können. Oder war es Eris, die einen Stern bedeckt hat? Eins vor beiden. Jedenfalls hat man dann festgestellt, dass die Größe, die vorher nur halbwegs genau bekannt war, hat man dann eben wirklich auf einen Kilometer genau gekannt. Ich glaube, es war Eris. Dass quasi ein Asteroid einen Stern bedeckt, kommt vor. Und da kann man auch viel lernen drüber. Und so, warum soll ein Asteroid nicht einen Planeten bedecken? Ich weiß gar nicht, ob das schon mal vorkam. Also irgendwann vielleicht. Weil das ist ein Ereignis, das ist wirklich, das dauert wahrscheinlich auch nur Sekunden, bis das passiert. Aber dann wird man den Mars so wegblitzen, wegblinken sehen kurz. Beim Mond, das ist anders. Gut, da muss man schauen. Ich habe mir tatsächlich noch nie angeschaut, wie der Mond was bedeckt. Macht der ja dauernd offensichtlich, weil der ist ja dauernd irgendwo am Himmel, wo was dahinter ist. Ist einfach da. Aber wie schaut das dann aus, wenn so ein Mond den Mars bedeckt? Weil kommt der da mit, welche Mondphase ist denn da gerade? Weißt du das? Jetzt überlegst du mal, Florian. Ja. Okay, es ist ja nicht nur irgendeine Marsfinsternis. Stimmt, das habe ich gar nicht dazu gesagt. Kannst du ja gar nicht wissen. Ich bin beruhigt. Als Theoretiker und Himmelsmechaniker. Die Marsfinsternis findet ziemlich genau zur Mars-Opposition statt. Also dann, wenn wir den Mars auf der Innenbahn überholen. Wenn der Mars genau gegenüber der Sonne ist, von uns aus gesehen. Ja gut, dann muss Vollmond sein. Wo der, genau. Naja, das hast du nicht dazu gesagt. Nein, stimmt. Ich habe zuerst gedacht, ich habe es gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine blöde Frage. Aber nein, stimmt natürlich. Also ziemlich genau zur Mars-Opposition. Also dann, wenn wir dem Mars am nächsten sind, der Mars am größten und am hellsten am Himmel erscheint. Bei Vollmond schiebt sich der Vollmond vor den Mars. Und sieht man das? Ich bin ja echt nicht so der Beobachter. Also sieht man das, wenn jetzt, weil der Vollmond ist ja hell. Sieht man da wirklich so, dass der Mars dann immer am Mondrand dann so klebt oder überblendet der den schon lange vorher weg? Nein, weil Mars ist auch extrem hell. Mars wird fast eine Helligkeit von fast minus zwei Magnituden erreichen. Das ist sehr hell. Also das ist irgendwie ähnlich wie der Jupiter, wenn er sehr hell ist. Nicht ganz so hell wie die Venus, wenn sie sehr hell ist. Also die Venus ist das Hellste am Himmel, außer Sonne und Mond, wenn sie gerade gut zu sehen ist. Aber der Mars wird auch extrem hell sein. Ein sehr deutlich rötlicher, heller Punkt am Himmel. Und der Vollmond ist natürlich auch hell, ist natürlich heller als der Mars. Aber weil der Mars ziemlich hell ist, wird er gut zu sehen sein. Und du kannst dann aber wirklich sehen, wie der Mond sich vor diesen hellen roten Punkt schiebt. Das wird zwischen sechs und sieben Uhr in der Früh stattfinden. Ah, okay. Also bei uns jetzt, also jetzt europäische Zeit. Ja, Mitteleuropa, genau. Und also der Mond wird dabei schon ziemlich weit unten am Horizont sein. Vollmond in der Früh ist dann schon kurz vorm Untergehen. Aber es ist eben, also das ist dann auch, ja, es wird ganz hübsch aussehen, glaube ich. Es wird am Südwesthorizont zu sehen sein. Um sechs Uhr ungefähr fängt es an, um sieben Uhr ungefähr kommt er wieder hervor. So, sag nochmal das Datum. Am 8. Dezember. 8. Dezember. Oh, da muss ich, da trete ich im Stadtsaal auf mit den Science Busters. Aber erst am Abend. Jaja, aber du musst ja dann, darf ich halt so viel Party machen. Also, oder ist es, also du meinst dem Morgen des 8. Okay. Ja, das geht. Dann mal gucken, ja, vielleicht kriege ich das hin. Ich glaube, es ist schon, also es ist natürlich dann wie immer, wenn man jetzt etwas zu enthusiastisch ankündigt, sind Leute enttäuscht. Ja, eh, nein, die sind nicht enttäuscht. Aber ich glaube, es wird schon ziemlich cool ausschauen, weil man kriegt einfach so dieses, dieses 3D-Gefühl, oder? Für das Sonnensystem. Wenn du dann den Mond siehst und dann den Mars und das Ding, das eine Ding fliegt vor dem anderen vorbei. Und zwar nämlich so halbwegs schnell, dass man quasi wirklich auch ein Gefühl für die Bewegung bekommt. Und das, ich glaube, es wird sich schon, es wird sich schon lohnen, ja? Ja, dann hoffen wir, dass es vorbei fliegt. Nicht, dass der Nachbar sich plonk macht. Wir werden euch nochmal zeitnah natürlich darauf hinweisen. Ja. Das machen wir. Ja, sehr cool. Ja, okay. Und dann gibt es natürlich auch noch Fragen zum Mars. Ich dachte, jetzt gibt es Torte. Nein, zuerst gibt es nochmal Fragen für dich, Florian. Tut mir leid. Gut. Die Torte gibt es erst zum Schluss. Zuerst mal musst du die Fragen unserer HörerInnerschaft beantworten, nämlich extra für dich. Eine Frage, beziehungsweise eigentlich sogar zwei, zum Terraforming des Mars. Da kennst du dich ja ein bisschen aus, oder? Ja. Wenn man mir jetzt sagt, macht den Mars bewohnbar, dann würde ich sagen, nee, da sucht es euch doch lieber einen anderen. Aber prinzipiell habe ich mich damit schon ein bisschen beschäftigt, ja? Verstehe. Okay, nein, es geht nicht darum, dass du es machen musst, sondern nur um ein paar Konzepte, die das Terraforming des Mars betreffen, abzuklären. Und zwar hat Jonas eine Frage und Simon hat ja auch eine sehr ähnliche Frage. Es geht um die Atmosphäre des Mars, die da aufgebaut werden soll. Ja. Und die Frage ist, der Mars hat ja kein oder nur ein sehr schwaches Magnetfeld. Und was wäre dann der Sinn, da Terra zu formen, wenn der Mars ja gar nicht an diese Atmosphäre quasi anhalten, sich anhalten kann oder die gar nicht halten kann, sondern es quasi sofort wieder weggeblasen werden würde, zunichte gemacht werden würde von Sonnenwind und der schwachen Schwerkraft und so weiter, ja? Ja, oder Jonas fragt dann auch noch, ist das in der Rechnung des Terraforming quasi schon mit berücksichtigt, dass so viel Atmosphäre erzeugt wird, dass sie eben nicht so schnell, nicht schnell genug wieder entweicht? Ja, also ich glaube, Jonas muss sich erstmal klar machen, dass es da jetzt nicht irgendwie schon so eine fertige, nur noch zum Abhaken bereite To-Do-Liste gibt, wenn der Mars da mal geteraformt wird. Also da gibt es jetzt wirklich keine so Berechnungen in dem Sinne, wo jetzt irgendwas inkludiert ist, aber natürlich diejenigen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, was man denn theoretisch tun müsste, damit der Mars eine Atmosphäre bekommen würde. Die haben dann natürlich auch über das Problem nachgedacht, wie man so eine Atmosphäre dauerhaft halten kann, beziehungsweise was man halt tun muss, damit die Atmosphäre bleibt. Also das ist ja nicht so, dass die sofort weggeht. Der Mars ist ja jetzt hier nicht, ich weiß nicht, so eine, vielleicht gar kein Beispiel ein, wie ein Luftballon, wo du ein Loch rein machst und dann ist die Atmosphäre weg. Sondern die Atmosphäre, wenn sie dann weggeht von einem Planeten, geht ja langsam weg, so Stück für Stück. Ja, da ist hier mal ein Atom, da mal ein Atom und so. Also die Erde, glaube ich, verliert pro Tag ein paar Dutzend Tonnen Material aus der Atmosphäre. Also Material, ich sage ja auch schon Material, also Moleküle halt, ja. Das ist mir zu lange zugehört, gell? Ja, also ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es ist ungefähr, also 100 Tonnen Staub und Gestein mit Mikrometeoriten aus dem All fallen runter pro Tag oder pro Jahr. Das ist, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Du hast gerade pro Tag, ja. Ja, und ziemlich genau die gleiche Menge, wenn nicht sogar ein bisschen mehr an Atmosphäre verliert die Erde ans Weltall. Aber das ist halt nichts im Vergleich zu dem, was da ist. Und es wird ja auch immer wieder Atmosphäre nachproduziert. Also die ganzen irgendwie so Sauerstoff und sowas, sowas entsteht ja aus natürlichen Prozessen und so. Und genauso ist es beim Mars auch, als das eine Atmosphäre verloren hat, war es jetzt nicht einfach so ein Prozess, wo es plötzlich so bumm gemacht hat und dann war die Atmosphäre weg und alle haben blöd geschaut auf den Mars. Sondern das ist auch langsam gegangen. Beim Mars ging es halt erstens deswegen und zweitens schneller, weil da halt das Magnetfeld gefehlt hat, das den Sonnenwind davon abhält, immer auf die Atmosphäre drauf zu ballern und diese ganzen Moleküle heiß zu machen und damit schnell zu machen, sodass sie eben dann entkommen können. Aber das ist dann eben passiert und deswegen hat es dann ja so länger gedauert, bis das weg ist. Also das ist kein Prozess, der sofort passiert, aber er passiert. Und wenn man jetzt sich überlegt, den Mars in der Atmosphäre zu geben, allein das ist ja schon absurd, weil man kann das machen. Du bräuchtest, damit der Mars bewoben wird, nicht einfach nur irgendwas in der Atmosphäre, sondern es muss etwas sein, das tatsächlich Wärme festhält. Also wir müssen auf dem Mars tatsächlich einen absurden Treibhauseffekt hinbekommen und das geht auf verschiedene Methoden. Also man könnte irgendwie Asteroiden auf die Marspole draufschmeißen zum Beispiel, die bestehen zum großen Teil aus gefrorenem CO2. Das gefrorene CO2 würde dann aufgeheizt durch die Einschläge und wäre dann in der Atmosphäre, ja Wasserdampf wäre dann auch mit dabei in der Atmosphäre. Man könnte halt andere Wege suchen, wie man das auftauen könnte oder und das sind auch Überlegungen, die angestellt wurden zum Terraform. Wir könnten das nehmen, das wir hier bei uns auf der Erde erfunden haben, nämlich die FCKWs. FCKWs sind absurde Treibhausgase. Also die sind teilweise, es sind die FCKWs und dann die FKWs, das sind nicht die Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, sondern die Fluor-Kohlenwasserstoffe, die wir verwenden, seit wir die FCKWs abgeschafft haben wegen Ozonloch. Die FCKWs, die machen dem Ozonloch nichts, sind aber noch absurdere Treibhausgase. Also die haben teilweise, da ist irgendwie eine, bestimmte von diesen FCKWs und FKWs können Zehntausende Mal stärker sein in der Treibhausgaswirkung als CO2. Das heißt, sie bleiben für Jahrzehntausende und noch länger in der Atmosphäre, bevor sie abgebaut werden. Das heißt, das ist absurdes Zeug, was wir hier bei uns auf der Erde in der Atmosphäre immer noch haben und immer noch reintun, was den Klimawandel bei uns auf der Erde anheizt. Aber wenn wir das gezielt auf dem Mars ausbringen würden, das Zeug, dann wird es natürlich praktisch dort. Dann wird es dort warm. Und das kann man ausrechnen. Also du brauchst ungefähr 40 Millionen Tonnen von diesen FCKWs, die du… Hat jede Menge Kühlschränke, oder? Die gibt es auch ohne Kühlschränke, die muss man nicht in Kühlschränken lagern. Also du brauchst 40 Millionen Tonnen. Mit 40 Millionen Tonnen würdest du die Marsatmosphäre so warm kriegen, dass die CO2-Gletscher an den Marspolen auftauen. 40 Millionen Tonnen ist das Dreifache von dem, was wir auf der Erde freigesetzt haben. Und freigesetzt heißt, wir haben es auch produzieren müssen, weil die FCKWs, die gibt es nicht natürlich. Die haben wir uns selbst ausgedacht und selbst hergestellt. Das heißt, wir müssten dreimal so viel produzieren, wie wir auf der Erde zwischen den 70ern und 90ern produziert und freigesetzt haben. Und dann das auch noch von der Erde zum Mars bringen. Zum Mars bringen, ja. Naja, aber das ist jetzt nicht dreimal so viel, wie wir damals produziert haben. Also das wäre schon gar nicht so schwer, oder? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Vor allem, wie willst du 40 Millionen Tonnen von was auch immer mit der Rakete zum Mars fliegen? Das ist eher ein bisschen die Schwierigkeit. Auf der Erde das Zeug produzieren, ich glaube, das würden wir hinkriegen, wenn wir das wirklich wollen. Also das ist ja eher die Frage, ob wir den Mars wirklich terraformen sollen, wollen und so weiter. Aber der Transport ist dann eher ein bisschen… Vor allem, es muss auch wirklich ein Dauerbetrieb sein, weil die FCKWs bauen sich zwar langsam ab, aber sie bauen sich ab. Und du müsstest ungefähr jedes Jahr 20.000 Tonnen nachliefern, damit immer genug da ist. Also das ist schon schwierig. Und dann, wie gesagt, hast du halt die Atmosphäre und musst halt dann ständig dafür sorgen, dass immer wieder neue Atmosphäre nachgeliefert wird. Also weil eben der Mars die Atmosphäre verliert, musst du halt schauen, dass du, ja, du musst dich also alle paar tausend Jahre, musst halt wieder irgendwie schauen, dass du mal wieder etwas Neues machst oder nachjustierst oder die Knöpfe nachdrehst oder was auch immer. Das heißt, dem Mars terraformen ist kein Projekt, wo man sagt, wir terraformen jetzt den Mars und dann ist der Terra geformt. Das ist etwas, was du dauerhaft aufrechterhalten musst. Also insofern ist es auch schon sehr unrealistisch, weil jede Strategie und die mit den FCKWs, die halt wirklich unmöglich umzusetzen ist, das ist noch eine, die am schnellsten funktionieren würde. Alles andere, wo du wirklich noch ein bisschen nachhaltiger vorgehst, wo du zuerst mal anfängst, ja, den Mars irgendwie so ein bisschen aufwärmen, vielleicht indem du irgendwelches dunkles Zeug, Ruß auf die Pole draufschmeißt, dass er ein bisschen wärmer wird, dadurch, dass er Wärme aufnehmen kann, statt reflektieren. Dann suchst du dir vielleicht ein paar ganz zähe Mikroorganismen, bringst die raus, dass die dann vielleicht irgendwie mit dem CO2 in der aktuellen Marsatmosphäre klarkommen und dann irgendwie vielleicht ein bisschen Sauerstoff freisetzen. Dann suchst du dir irgendwelche Zehen, Zehenpflanzen, die Extrembedingungen aushalten, baust die da irgendwie ein. Also wenn man so ein langsames Ökosystem aufbauen will, ja, dann dauert es halt nicht Jahrtausende, dann dauert es Jahrzehntausende. Und dann musst du halt dann aber auch Jahrzehntausende da weiterbasteln an dem Ding. Also den Mars zu terraformen ist ein Projekt, wo man wirklich nicht aufhören darf und wo du dich für ein paar Jahrtausende verpflichten musst. Und wie gut wir Menschen dran sind, irgendwie etwas zu machen, was, naja, Jahrtausende dauert, würde ich gar nicht sagen. Wir kriegen es ja nicht mal hin, irgendwas zu machen, was ein halbes Jahr in der Zukunft liegt und darüber nachzudenken. Ja, aber es ist auf jeden Fall, der springende Punkt ist, ja, es ist ein ongoing Ding. Man macht das nicht einmal und dann ist gut, sondern da muss konstant daran gearbeitet werden, damit das funktioniert. Und dann gibt es noch eine Frage, die damit zusammenhängt von Christian, die ich auch sehr interessant fand, der nämlich in einem Video der NASA gehört hat, dass der Sauerstoffverlust am Mars, beziehungsweise die Rate des Verlusts am Sauerstoff, ähnlich ist wie die auf der Erde und dass anscheinend das Magnetfeld dafür gar nicht wirklich relevant zu sein scheint. Jetzt wundert er sich natürlich sehr, weil das heißt ja immer, dass die Atmosphäre vom Mars und das Wasser und so weiter sich verflüchtigt hat, weil der Mars eben weniger Schwerkraft und ein kaum existentes Magnetfeld hat. Wie sieht es damit aus? Kennst du dich da aus, Florian? Ja, naja, ich habe mir dieses Video angeschaut und entweder ich war zu unaufmerksam und habe die Stelle verpasst, wo das gesagt wurde, oder es wurde in diesem Video nicht gesagt. Also vielleicht kann Christian nochmal schauen, ob das wirklich das Video war, was er gemeint hat, um das es geht oder ob es was anderes geht, weil ich müsste da wirklich die genaue Stelle hören, um zu wissen, wie das gemeint ist. Also der Sauerstoffverlust ist ja das eine, weil der Mars hat ja nicht nur eine Sauerstoffatmosphäre gehabt und die Erde hat ja auch nicht nur eine Sauerstoffatmosphäre. Der Hauptteil der Atmosphäre des Mars besteht aus CO2 und war wahrscheinlich früher auch irgendwie nicht Sauerstoff, sondern halt irgendwie ein anderer Stickstoff, so wie auf der Erde Stickstoff. Das heißt, wenn jetzt die Aussage nur auf Sauerstoff zutrifft, dann kann es natürlich sein, dass da gerade beim Sauerstoff der Prozess des Evaporierens, also des Verlustes, tatsächlich vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht so sehr vom Magnetfeld abhängt, weil vielleicht Sauerstoff ja sowieso weggeht, dann nur aufgrund von irgendwelchen hochatmosphärischen Prozessen weggeht, wo das Magnetfeld nicht mehr so die Rolle spielt. Also das muss aber nicht heißen, wenn das so ist, also ich kann da jetzt wirklich nur so spekulieren und schwafeln, weil ich diese Stelle nicht genau kenne, um die es geht. Es muss aber nicht heißen, dass die komplette Atmosphäre oder der komplette Atmosphärenverlust oder der Verlust von allen möglichen Gasen aus der Atmosphäre nichts mit dem Magnetfeld zu tun hat, weil das ist nämlich schon noch mein Wissensstand, dass das Magnetfeld sehr wohl eine Rolle spielt, warum das beim Mars so gelaufen ist und auf der Erde anders gelaufen ist, weil das ja auch tatsächlich der einzige Unterschied ist, das Magnetfeld, also nicht der einzige Unterschied, aber die Größe spielt auch eine Rolle, aber die Größe bedingt ja auch die Existenz des Magnetfeldes. Also da tatsächlich wüsste ich nicht, dass es da neue Forschung gibt, die sagt, Magnetfeld ist egal, es kommt auf irgendwas anderes drauf an. Also dass der Mars heute keine nennenswerte Atmosphäre mehr hat, liegt schon daran, dass der Mars eben sein Magnetfeld verloren hat. Und das hat er eben verloren, weil er weniger Masse hat, weil es in seinen Inneren weniger heiß ist und deswegen irgendwann der flüssige Kern aufgehört hat, flüssig zu sein. Es gab übrigens vor kurzem neue interessante Forschung, da ging es auch wieder um Chemie, weil wir heute schon so viel Chemie gehabt haben. Da haben japanische Forscher ihnen im Wesentlichen so einen Marskern im Labor nachgebaut. Die haben Eisen genommen und eben so zusammengemischt, wie man es eben aus theoretischen Überlegungen über die Zusammensetzung des Marskern und aus Meteoriten und so weiter entnommen hat, also mit Wasserstoff und mit Schwefel zum Beispiel, und hat festgestellt, wenn man dann dieses Material einem Druck und einer Temperatur aussetzt, die vermutlich im Kern des Mars herrschen, dann kriegst du so unterschiedliche flüssige Mischungen aus Eisen. Also du kriegst flüssiges Eisen natürlich, aber ein Teil von dem ist flüssiges Eisen gemischt mit Wasserstoff und ein anderer Teil ist flüssiges Eisen gemischt mit Schwefel und die trennen sich dann voneinander. Und das heißt, dass du da so Stratifikation kriegst oder anders gesagt, der Teil mit dem Schwefel, glaube ich war das, der steigt auf, der Teil mit dem Wasserstoff bleibt unten. Das heißt, du hast sich bewegende Ströme von flüssigem Eisen und das ist natürlich genau das, wo du dann irgendwie auch halt Magnetfeld rauskriegst, wenn da irgendwie so Eisendinge rumströmen. Und weil der Mars eben so einen kleinen Kern hat, hat sich das irgendwann komplett getrennt und dann war es halt einfach, ja, und die eine Schicht war da, die andere war da und da gab es halt nichts, aber die haben sich halt komplett getrennt. Das ist so, wie wenn du irgendwie, weiß ich, du nimmst Öl, tust es in ein Glas und gießt irgendwie Wasser drauf oder umgekehrt, weiß gerade nicht, dann wirbelst du eine Zeit lang hin und her, aber wenn du es lange genug stehen lässt, dann steht es einfach nur noch und es passiert nichts mehr. Und weil die Erde eben einen so viel größeren und so viel heißeren Kern hat, ist es halt da sehr viel im Meer in Bewegung und es dauert wirklich sehr, sehr, sehr viel länger, bis die Erde, der Kern der Erde da komplett stratifiziert ist. Also das war jetzt so neue Forschung zum Marskern und Magnetfeld, aber es wäre keine neue Forschung bekannt, dass wirklich das Magnetfeld keine Rolle beim Atmosphärenverlust spielt, weil das ist ja genau das, was dafür sorgt, dass eben der Sonnenwind nicht durchkommt bis zur Atmosphäre oder nicht so stark durchkommt bis zur Atmosphäre und der Sonnenwind ist es, der mit seiner Energie die ganzen Moleküle in der Atmosphäre so energiereich macht, dass sie dann entkommen können. Also das ist immer noch mein Stad des Wissens. Wenn Christian zuhört, dann soll er bitte nochmal den Link schicken zu diesem Video, zu dieser Aussage, weil dann kann ich genau schauen, was da gesagt wurde und ob es da was Neues gibt, was ich übersehen habe oder ob es ein anderes Missverständnis gab. Ja, und dass es irgendwie sein könnte, dass es was den Sauerstoff betrifft, schon so ist, dass der Sauerstoffverlust quasi jetzt gar nicht so stark von der Anwesenheit eines Magnetfelds abhängt, weil ja auf der Erde der Sauerstoff ja natürlich auch irgendwie von Pflanzen nachproduziert wird. Also die es halt am Mars auch nicht gibt oder geben müsste, damit das Terraforming erfolgreich sein könnte. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und Hans hat auch noch eine sehr ähnliche Frage. Und zwar möchte er wissen, was mit dem Wasser passiert ist. Er fragt auch quasi, wo das hin ist. Wo ist dieses Wasser jetzt, das es mal auf dem Mars gegeben hat und ob diese Wassermoleküle quasi da einfach jetzt im Weltraum herumschweben und was das eben halt auch vielleicht für uns bedeutet und ob das Wasser auf der Erde erschaffen wurde oder ob es nicht sein könnte, dass wir schon seit Jahrmillionen mit dem Wasser von anderen Himmelskörpern bombardiert werden. Ja, also lieber Hans, es war so, da war der Mars früher, vor viereinhalb Milliarden Jahren, da waren große Ozeanen und Flüsse und dann ist die Atmosphäre weg gewesen und da hat es so gemacht und da war so eine große Wasserkugel im Weltall und die ist dann auf die Erde geplatscht. Dann haben wir das Wasser gehabt. Nein, also das ist nicht Quatsch. Aber es ist eine interessante Frage, weil, ja natürlich, also wenn so die Atmosphäre weggeht, wenn der Druck sinkt, dann wird das Wasser irgendwann anfangen zu verdampfen und wenn es verdampft, dann hast du eben den Wasserdampf zuerst in der immer weiter schwindenden Atmosphäre des Mars und wenn die Atmosphäre dann auch schwindet, dann schwindet sie ins Weltall. Aber es ist nicht so, dass da jetzt gigantische Wassertropfen durch Sonnensystem fliegen, sondern dass diese Atmosphäre des Mars sich im Laufe der Zeit im Wesentlichen ja halt so ins interplanetare Medium gemischt hat, weil da ist ja auch nicht nichts zwischen den Planeten, sondern auch hier und da mal ein bisschen Staub, hier und da mal ein paar Moleküle und so weiter, ein bisschen Wasserstoff, ein bisschen Helium und auch das eine oder andere Wassermolekül wird da rumfliegen. Aber auch nicht ewig, weil ja die Sonne immer noch scheint und überall scheint und die Sonne mit ihrer UV-Strahlung, der energiereichen Strahlung der Sonne, kann dann auch Moleküle aufspalten. Das heißt, da werden dann vielleicht auch Wassermoleküle aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff und dann hast du wieder so einzelne Atome, die rumfliegen und sich verteilen. Also es ist durchaus möglich, dass das eine oder andere Molekül, selbst das eine oder andere Molekül Wasser auf die Erde gelangt ist, aber es ist nicht so, dass unser Wasser Marswasser ist. Unser Wasser ist im Wesentlichen Asteroidenwasser, also Wasser, das früher mal bei der Entstehung in Asteroiden drin war und dann auf die Erde gefallen ist. Das beantwortet die Frage von Hans, glaube ich. Sehr gut. Hans, melde dich, wenn nicht. Und eine Frage gibt es noch für dich. Und zwar, und die finde ich irgendwie sehr lustig und ich bin mir sicher, dass du sie beantworten kannst. Wenn man den Mars in den Asteroidengürtel schieben würde, möchte Marc wissen, und diese Frage ist auch schon aus dem Jahr 2020, passend zum zweiten Geburtstag unseres Podcasts, wäre der Mars in der Lage, den Bereich zu räumen, also seine Bahn zu räumen, wie es für den Planeten ja notwendig ist, um ein Planet zu sein. Und wenn er das kann, wie groß wäre er dann danach? Okay, das ist eine Frage, mit der habe ich ein paar Probleme. Nicht mit dem Fragesteller, sondern mit der Frage, weil diese Frage schon wieder zeigt, dass dieser ganze Quatsch mit dieser Planetendefinition damals 2006 ja Quatsch war. Also dieses mit dem umlaufbaren Freiräumen, das erzeugt Vorstellungen in den Köpfen der Menschen, die so überhaupt keinen Sinn machen. Also die Fähigkeit, ein Planet zu sein, besteht nicht darin, dass der Planet jetzt, man ihn irgendwo hinsetzen kann und dann schmeißt er links und rechts irgendwie die Sachen raus. Also da geht es tatsächlich, dieses umlaufbaren Freiräumen hat mit den Entstehungsprozessen der Himmelskörper zu tun. Es geht um die Frage, wenn ich eine große Scheibe aus ganz viel Staub und Gas und Asteroiden und anderen Krempel habe um einen Stern herum, wie schnell wachsen die einzelnen Objekte an? Ein Objekt wie Jupiter zum Beispiel, der ist so schnell, so stark gewachsen, dass er eigentlich groß genug war, um alles andere, was noch in seinem Einflussbereich lag, entweder an sich zu ziehen mit der Gravitation oder eben durch entsprechende gravitativen Störungen wegzuschleudern, irgendwo anders hin. Und wer das schafft, wer schnell genug, groß genug wird, der wird ein Planet und wer das nicht schafft, wer halt einfach irgendwie, so wie Pluto da draußen, wo er war, da ist einfach zu wenig Dynamik gewesen. Da sind die Objekte zu langsam gewesen, weil halt da draußen die Dinge langsam um die Sonne kreisen. Drittes Keplerischer Gesetz. Und weil halt auch mehr Platz ist und mehr Platz zwischen den Objekten, da gab es einfach nicht so viel Kollisionen, da ist nicht so schnell gewachsen, diese ganzen Objekte und deswegen ist da halt ja nur so Kleinkram ein bisschen zusammengewachsen, aber da hat man nicht weitergemacht bis dahin, wo die anderen Planeten gekommen sind. Also es geht bei diesem umlaufbaren Freiräumen um etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, um die Planetenentstehung. Wenn man jetzt den Mars jetzt in den Asteroidengürtel reinstellen würde, naja, was wird dann passieren? Der Mars würde als größtes Objekt im Asteroidengürtel, als massereichtes Objekt im Asteroidengürtel auf jeden Fall mal alles durcheinander bringen. Also es würde zu vielen Kollisionen kommen, Kollisionen von Asteroiden mit dem Mars, Kollisionen von Asteroiden untereinander, weil natürlich der Mars dann auch die Bahnen der Asteroiden stört. Die fallen ja nicht einfach alle, die bleiben ja nicht einfach alle stehen und der Mars rauscht da durch, so wie ein Auto, das irgendwie durch einen Mückenschwarm fliegt oder sowas. Sondern der Mars würde doch seine Gravitationskraft den Asteroidengürtel dynamisch aufheizen, würde man das nennen. Das heißt, es würde sehr viel mehr Bewegungsenergie in den Umlaufbahnen der Asteroiden stecken, deren Bahnexzentrizitäten würden sich erhöhen. Das heißt, die würden alle auf sehr viel langgestreckteren Bahnen umlaufen. Die Asteroiden würden häufiger miteinander kollidieren. Asteroiden würden häufiger auch in die Nähe der Erde gelangen, in die Nähe der Venus gelangen, würden dann mit Erde und Venus kollidieren, würden vielleicht auch durch die Gravitationskraft von Erde und Venus wieder auf andere Bahnen gebracht. Asteroiden würden auf ihren langgestreckten Bahnen öfter in die Nähe der Sonne kommen, würden dann auf die Sonne fallen oder durch die Gravitationskraft der Sonne wieder so verändert werden, dass sie ganz aus dem Asteroidengürtel rausfallen. Das heißt, ja, es wird sich alles ändern, es wird alles durchgearbeitet werden. Wie viel dann wirklich übrig bleibt, müsste man in einer konkreten Simulation mal durchschauen. Der Mars würde jetzt nicht dramatisch anwachsen. Ist es nicht so, dass der Mars nachher rauskommt so schwer wie der Jupiter, da, weil du hast ja, du hast nicht mal eine Mondmasse im Asteroidengürtel verteilt an Asteroiden. Deutlich weniger als eine Mondmasse. Ja, also, und der Mond ist nicht sehr groß. Also, der Mars wird nicht relevant anwachsen, selbst wenn alles im Asteroidengürtel auf dem Mars drauf fällt. Aber wir hätten halt danach weniger Asteroiden im Asteroidengürtel und halt ein Mars, der weiß ich nicht, ob da überhaupt wie stabil der Mars in dieser Region wäre, weil da natürlich die Gravitationsstörungen vom Jupiter auch stark wirken. Darum haben wir den Asteroidengürtel dort, weil der Jupiter mit seinen gravitativen Störungen verhindert hat, dass sich dort Planeten bilden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Mars dann nicht mal stabil umlaufen könnte und dann, ja, dann wird halt der Mars in Richtung Erde geschleudert, dann fällt der Mars auf die Erde, das wäre dann schon blöd. Also, lassen wir den Mars lieber da, wo er ist, bevor er uns auf den Kopf fällt. So ist es, ein sehr gutes Schlusswort. Also, lieber nicht mit dem Don't mess with Mars. Genau. Das bringt nur Ärger. Ja, dann danke für die vielen Mars-Fragen. Ich bin da froh, dass keiner mit dem Mars-Terraforming und den Atombomben ankam, aber das ignorieren wir jetzt einfach. Let's not talk about it. Ja, reden wir lieber über Neues von der Sternwarte, denn bevor jetzt auch das Semester auf der Sternwarte der Uni Wien in die Sommerferien geht, haben wir noch ein Ding zu besprechen und das habe ich heute mit Evi besprochen und das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Und wir besprechen jetzt das, auf das alle schon gewartet haben. Wir haben in der letzten Folge über die Wissenschaftskommunikationsvorlesung gesprochen und darüber, was da passiert ist und was nicht passiert ist und die tragische Situation der Wissenschaftskommunikationsausbildung in Österreich und anderswo diskutiert. Aber das letzte Projekt, was du für diese Lehrveranstaltung machen musst, damit du eine positive Note bekommst, war ein eigenes Wissenschaftskommunikationsprojekt und du hast in der letzten Folge schon gesagt, dass du dich entschieden hast, einen Podcast zu machen. Du hast sogar schon verraten, wie dieser Podcast heißen wird und über diesen Podcast wollen wir jetzt sprechen, den du gemeinsam mit einer Kollegin für eure Vorlesung gemacht hast. Was für ein Podcast-Projekt habt ihr euch ausgedacht? Wir haben uns ein ganz tolles Projekt ausgedacht. Ja, also wir haben, das habe ich eben schon erzählt, in meinem Podcast gemacht. Ich wollte das auch einmal selber probieren, weil da habe ich ja so ein bisschen diese Luxussituation, dass ich mich hier noch vor das Mikro setzen kann und dann plaudern wir und da haben wir das eben selber aufgesetzt und ja, und haben jetzt eben schon auch aufgenommen. Die erste Episode ist quasi schon im Kasten. Der Podcast selber heißt ja Cosme Glatte. Da habe ich das letzte Mal schon angeteasert und ja, und da plaudern wir über Cosme Glatte. Wir erklären natürlich den Titel, aber unser Thema für die erste Folge ist eigentlich das Weltraumwetter. Das ist ein cooles Thema. Warum habt ihr euch entschieden, einen Podcast zu machen? Du hast gesagt, du möchtest das irgendwie auch mal aus der anderen Perspektive kennenlernen, aber es gab es noch andere Gründe, weil was stand noch zur Auswahl, was du machen hättest können für diese Lehrveranstaltung an Projekten? Eine Presseaussendung machen, Social Media, Video und Podcast. Ich glaube, das war es. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Okay, gut. Ja, da ist Podcast definitiv das Spannendste. Was ist Social Media? Müsst du da irgendwie einen Instagram-Post machen und das war es? Ja, ich denke mal, da musst du so eine Kampagne entwerfen, eine Social Media Kampagne, wie du halt dann ein bestimmtes Thema, Forschungsergebnis oder wie auch immer präsentieren möchtest. Ja, finde ich langweilig. Gut, aber Ich hatte es mir auch gedacht, ich bin für den Podcast entschieden. Genau, also ihr habt den Podcast gemacht, ihr habt die Folge schon aufgenommen. Wie war es jetzt? Also was habt ihr, du jetzt vor allem, weil deine Kollegin sitzt jetzt nicht hier mit dabei, was hast du gelernt beim Podcasten, was du vorher nicht gewusst hast und vor allem, was hast du gelernt, auf das du von der Vorlesung her nicht vorbereitet worden bist? Weil das wollen wir auch wissen, inwiefern das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ja, also die Theresa und ich, also Theresa ist eben die Studiumkollegin, mit der ich zusammen den Podcast mache. Wir haben es ja schon auch ein bisschen ausgetauscht darüber und wir waren beide erstaunt darüber, dass es doch aufwendiger ist als gedacht. Also wie wir begonnen haben mit dem Projekt beziehungsweise wie wir uns darauf geeinigt haben, dass wir immer einen Podcast machen, hatten wir beide so ein bisschen die Vision, ja, das ist total einfach und ja, wir treffen uns da einmal und nehmen da easy mal in einem Podcast auf. Wir machen ihn nur einen kurzen und also wir haben es uns viel leichter vorgestellt und viel einfacher und es ist dann doch komplexer. Also jetzt einerseits natürlich von dem Setup, aber auch inhaltlich. Also ich fand es total schwierig, sich zu entscheiden, welche Info ich wann wie präsentiere oder weitergebe oder was erzähle ich überhaupt. Also wir wussten schon, dass wir wollen Weltraumwetter machen und Sonne und den Einfluss eben auf die Erde und was das für Auswirkungen haben kann. Dieses, okay, wie willst du das jetzt erzählen? Ja, welche Geschichte willst du erzählen? Was willst du genau, das dann ankommt bei dem Gegenüber oder bei dem, der das dann hört? Ja, was willst du genau vermitteln? Was ist das Ziel eigentlich? Das fand ich überraschend schwer. Naja, das ist der Kern der Wissenschaftskommunikation sich zu überlegen, was man wie wem wann erzählt. Genau darum geht es. Genau. Und das habt ihr in der Vorlesung nicht irgendwie Tipps bekommen, wie man das macht? Nein, also eigentlich auf das Inhaltliche, so sind wir nicht wirklich drauf eingegangen. Es sind so diese ganzen Mediengattungen und was man eben machen kann, das haben wir schon gemacht. Aber jetzt so aufs Inhaltliche, wie ich jetzt wirklich, ja, gerade so Weltraumwetter ist ja auch sehr, dass da kannst du fünf Minuten drüber reden oder zwei Stunden und kannst eine Doktorarbeit drüber schreiben. Also das ist ja ein sehr vielfältiges Phänomen. Und eben, wie genau gehe ich ins Detail? Wo fangt dann auch dieser Fachjargon an oder wo fangt dann jetzt eben zum Beispiel, welche Wörter sollte ich vielleicht nicht verwenden? Welche muss ich erklären? Also man muss da schon sehr aufpassen. Ja, das ist klar. Das ist Wissenschaftskommunikation, aber es ist gut, dass du zumindest, wenn es schon nicht in der Vorlesung vorkam, dann in der Praxis euch ihr euch dann selbst erarbeitet habt. Ich weiß auch gar nicht, kann man das vermitteln oder ist das etwas, was man lernen muss? Man kann das schon vermitteln. Also man kann durchaus Hinweise geben, Strategien geben, Tipps geben, wo man sagen kann, wenn man was erzählen will, dann muss man diese und jene Punkte beachten. Das kann man schon machen. Das kann man schon vermitteln, wenn man will. Also wenn ich Workshops mache, dann probiere ich immer auch genau das zu machen, dass man den Leuten so sagen, wie man die Geschichte findet, die man erzählt und wie man die Geschichte, die man gefunden hat, dann auch konkret erzählt. Also das sind die Punkte, die ich probiere, in meinen Workshops immer zu vermitteln. Aber ja, ihr habt das ja dann am Ende eine Version gefunden, die ihr erzählt habt. Wie war es denn mit dem technischen vom Aufnehmen her und dem ganzen Drumherum für einen Podcast? Weil Podcast ist ja nicht, wir reden jetzt irgendwie Audio in einem Computer, weil dann hat man Audio im Computer, aber noch keinen Podcast. Da fehlt ja noch mehr dazu. Ja eben, genau. Also es war dann, natürlich man muss das Ganze dann schneiden, man muss das dann noch aufhübschen. Man hat dann vom Wave in MP3 umwandeln müssen. Also das ist ja schon noch ein bisschen komplexer. Also danke für deine Unterstützung. Ich hatte das ja ein bisschen Schützenhilfe ja von dir. Ja, es war dann doch ja gar nicht so einfach. Viele Menschen denken ja, dass Podcasten oder Podcast machen wirklich nur irgendwie, wir nehmen halt ein Audio auf ist. Aber da gehört ja auch ganz viel dazu. Also der Podcast braucht einen vernünftigen Titel. Man braucht eine Intromusik, man braucht eine Outromusik, man braucht Titelgrafiken. Man muss sich überlegen, wo man den Podcast dann am Ende veröffentlicht. Man muss wissen, welche Audiobearbeitungsprogramme und Algorithmen man verwendet, wie man an die kommt und so weiter. Also da steckt ganz viel, also nicht so viel Technik wie bei Videoproduktion dahinter, aber es steckt schon auch viel Wissen dahinter, das man auch haben muss, wenn man so einen Podcast machen will. Ja, es gibt dann schon relativ viel drumherum. Das stimmt. Also wir dann eben auch, okay, welches Bild nehmen wir, wenn man dann auch mal weiß, wie man sich überhaupt, also wie der Titel sein soll. Und man muss auch erstaunlich überall den Konten anlegen. Man muss sich dann eben auch, also wir haben uns ja auch ein bisschen einen Social-Media-Auftritt überlegt, haben dann eben auch, okay, wir machen Instagram und Twitter. Und ja, da muss man dann, also es sind so viele Kleinigkeiten dann einfach auch, an die man denken muss. Ich habe dann auch extra einen Projektplan entworfen, damit wir nichts vergessen. Ja, ich überlege gerade, habe ich noch nie gemacht für meine Podcasts, glaube ich, oder Konzepte habe ich geschrieben, aber. Ich habe es auch deswegen gemacht, weil wir doch zu zweit sind und zu zweit auch daran arbeiten, dass wir da eben auch wissen, wann wir was machen müssen, bis wann wir was fertig machen müssen. Ja, was müssen wir in der Vorbereitung machen? Was müssen wir vor der Aufnahme machen? Was kommt dann nach der Aufnahme? Was hat noch Zeit? Ja, jedenfalls ist der Podcast jetzt fertig und jetzt wird er mal zur Lehrveranstaltungsbeurteilung abgegeben und dann kriegt er eine Note drauf. Aber ihr habt den Podcast ja nicht nur gemacht, um diese Lehrveranstaltung positiv zu beenden. Ja, also wir haben länger überlegt, was wir jetzt mit dem Podcast machen und eigentlich wären wir jetzt fertig mit Dein und Folge, dass jetzt im Rahmen der Vorlesung ist das jetzt beendet und wir haben aber so viel Spaß gehabt und so viel Freude an der Sache, dass wir entschlossen haben, weiterzumachen und dass wir ihn eben auch veröffentlichen werden. Ja, und ich weiß nicht, ob ich da beim letzten Mal schon darüber gesprochen habe, aber ich finde es so ein Witz, dass verlangt wird, in einer Lehrveranstaltung ein Wissenschaftskommunikationsprojekt zu machen und dann nicht auch verlangt wird, dieses Projekt auch konkret durchzufirmen. Wenn man Wissenschaft kommunizieren will, dann muss man sie auch kommunizieren und nicht nur überlegen, wie man sie kommuniziert. Das heißt, ich bin eigentlich fix davon ausgegangen, dass sowieso vorgesehen ist, dass der Podcast oder was auch immer die anderen Projekte dann auch in die Öffentlichkeit kommen, weil Wissenschaftskommunikation ohne Öffentlichkeit geht nicht. Aber wenn es nicht verlangt ist, dann bin ich umso froher, dass ihr das macht, weil das Feedback von den Personen, die die Lehrveranstaltung beurteilen, ist das eine, aber das echte Feedback, das Feedback, das einem sagt, ob man gut darin ist, Wissenschaft zu kommunizieren oder nicht, das kriegt man von, im Falle des Podcasts, der Hörerschaft. Und das ist schön, dass ihr dann dieses Feedback bekommen werdet. Wann wird denn veröffentlicht, der Podcast? Ja, also jetzt bitte mal einen Trommelwirbel. Der Podcast wird am 23. Juni online gehen. Okay, das heißt, wenn ihr das heute hört, an dem Tag, wo diese Universumsfolge veröffentlicht, dann könnt ihr in zwei Tagen den Podcast hören. Und wo kann man ihn hören? Überall, wo man Podcasts hören kann. Genau, oder unter der Homepage, die habt ihr auch angelegt, kosmiklatte.at. Kosmiklatte schreibt sich wie die Milch, kosmiklatte.at. Und warum es da um kosmische Milch geht, das werdet ihr in der ersten Folge hören, an allen Orten, wo es Podcasts gibt. Und wie gesagt, es ist eine Wissenschaftskommunikationsarbeit. Das heißt, ihr freut euch, will ich hoffen, über Feedback aus der Hörerschaft. Ja, natürlich, gerne. Wir wollen natürlich jetzt auch, dass es rausgeht, unser Baby, in die große, weite Welt. Also gebt Feedback, bewertet den Podcast, dort, wo er bewerten kann. Es wird weitere Folgen geben. Ist zumindest in der Planung, genau, ja. Ich bin sehr gespannt und damit ihr einen kurzen Einblick bekommt, auch schon bevor der Podcast offiziell veröffentlicht wird, gibt es jetzt dann hier am Ende hintendran noch einen ganz winzig kleinen Ausschnitt aus Cosmic Latte, der allerersten Folge. Und die komplette Folge hört ihr dann in zwei Tagen. Bis dahin sagen wir Tschüss. Ja, viel Spaß beim Hören. Tschüss. Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Wir sind ein Podcast, in dem wir über die Sonne, das Sonnensystem, die Milchstraße und all die anderen spannenden Themen sprechen wollen. Wir, das sind Teresa und ich Eva. Hallo Teresa. Hallo Eva. Wir sind zwei Studentinnen der Astronomie an der Universität Wien. Und weil das hier eben jetzt auch unsere erste Folge ist, wollen wir auch ein bisschen über uns reden und uns vorstellen. Teresa, magst du vielleicht gleich mal beginnen? Erzähl uns, was hat dich zur Astronomie gebracht? Ja, gerne. Ja, großartig. Ich bin schon so gespannt. Ja. Es war ein schöner Teaser. Also ich finde, ihr habt es ja noch genau an der richtigen Stelle abgeschnitten zum Schluss. Ja, es ist ja nur ein Teaser. Es darf ja nichts passieren. Sonst muss ja nicht teasen. Ja, ich bin auch gespannt. Also was dann, also ich kenne den Podcast ja schon. Ich habe ja auch die Folge schon gehört und war ja auch ein bisschen bei der Erstellung unterstützend dabei mit dem Ausleihen von Hardware und von Wissen. Aber ja, ich bin vor allem gespannt auf die Reaktion und auf das Feedback der Podcast-Community, der Podcast-Community, weil, ja, wie ich ihr schon zu Evi gesagt habe, das ist ja das, worum es geht bei der Wissenschaftskommunikation. Ob ich da jetzt hier eine gute oder schlechte Note drauf bekomme, ist eigentlich, gut, mit dem Evi wäre vielleicht böse, wenn ich sage, das ist sekundär, weil ihr braucht das Zeugnis schon noch. Aber ja, ich finde es ein bisschen seltsam. Aber genau, die Weisheit von den älteren Menschen, ja, es ist egal, welche Noten ihr an der Uni bekommt. Es ist nicht egal, die Frage ist immer, du musst halt irgendwie, wenn du das schon im Abschließen willst, du musst halt irgendwie eine positive Note bekommen. Ob du jetzt eine Eins, eine Zwei oder sonst was hast, das ist wurscht tatsächlich. Aber es wäre halt blöd, wenn jetzt hier du überhaupt keine Note bekommst. Aber ich ärgere es halt ein bisschen, dass du tatsächlich, wir haben ja letzte Woche, letzte Folge schon geärgert. Dass du dich ausgiebig geärgert hast. Ja, aber du kannst doch keine Wissenschaftskommunikation Vorlesung machen und dann nicht sagen, hier kommuniziert das Zeug nicht. Das bringt doch nichts. Wie soll man denn da rausfinden? Vor allem, ich finde auch, dass sie keine Anleitung bekommen haben auch. Also klar, dass die Uni dann sagt, ob sie es veröffentlicht oder nicht, das ist jetzt eure Sache. Wir können euch quasi nicht da irgendwie dazu zwingen, das jetzt da online zu stellen, oder? Weil das ist so wie eine Prüfung. Man kann ja auch nicht Leuten sagen, wir veröffentlichen jetzt eure Prüfungen oder so. Also irgendwie. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das kann oder nicht, aber in dem Fall Wissenschaftskommunikation ist Wissenschaftskommunikation. Das muss irgendwie, wenn ich die nicht kommuniziere, weiß ich nicht, ob es gut war oder nicht. Aber egal, das habe ich ja beim letzten Mal schon drüber geweckert. Aber ja, das mit der Anleitung hat mir auch ein bisschen gefehlt. Und dass die Evi sogar dann irgendwie gesagt hat, kann man das überhaupt vermitteln, so in die Richtung. Ich denke mal, naja, natürlich. das finde ich schon ein bisschen auch bezeichnend für die Veranstaltung vielleicht. nicht, ich weiß nicht. finde es gut. Das wäre ein Podcast, den ich mir anhören würde und es ist ein Podcast, den ich mir anhören werde, sagen wir es so, weil ich gespannt bin, was danach kommt. Ja, und ich hoffe tatsächlich, dass die beiden dann auch den Willen und das Durchhaltevermögen haben, das durchzuziehen, weil, ja, es kann ja nicht genug gute Podcasts geben über Wissenschaft und über Astronomie. Also insofern freuen wir uns über jeden Neuzugang. Und was ist mit den anderen? Weißt du, ob die anderen ihre Podcasts, weil es gibt ja mehrere in der Veranstaltung, ob die ihre Podcasts dann auch veröffentlichen, weil das wäre ja auch spannend, da irgendwie ein bisschen reinzuhören, oder? Selbstverständlich, aber das, wie gesagt, wird dann, wird sie dann erfahren, wenn die entsprechenden Präsentationen durch sind. Also die letzten Wochen bis zum Semesterende, die bestehen eben nur aus Präsentationen, wo alle, die was gemacht haben, dann ihre Sachen präsentieren und ich habe, wie gesagt, sie soll mitschreiben, was davon öffentlich ist und was nicht, dass wir uns das dann auch mal irgendwie anschauen können, weil das ist natürlich aus vierler Hinsicht interessant, weil erstens interessant zu wissen, ob es da vielleicht noch mehr gute Podcasts über Astronomie gibt. Zweitens ist es für mich interessant und für dich vielleicht auch, halt einfach zu sehen, wie so der, was da so rauskommt aus der universitären Wissenschaftskommunikationsanleitung, ob man das dann irgendwie als gutes Beispiel oder als schlechtes Beispiel für zukünftige Sachen verwenden kann oder so. Also da ist das aus vielen Gründen interessant. Also wir werden dann auch darüber berichten in den nächsten Neues von der Sternwarte teilen, die aber auch erst im nächsten Semester, also das Neues von der Sternwarte macht dann auch Sommerpause. Aber wir werden auf jeden Fall dieses Thema nicht vergessen, weil erstens müssen wir natürlich die Konkurrenz im Auge behalten. Zweitens müssen wir, werden wir euch informieren, wenn es da draußen noch andere coole Podcast-Astronomie gibt. Genau, hört euch den Podcast an, aber wehe, ihr hört euch unseren Podcast dann nicht mehr an. Ich werde das abgleichen hier mit den Download-Zahlen und so weiter. Ja, ja, wir wissen, wer ihr seid, wir wissen, wer ihr seid. Nein, wissen wir nicht. Also bevor ihr das Sorgen macht, wir haben keine persönlichen Daten von unserer Hörerschaft, außer denen, die unsere Hörerschaft uns zukommen lässt. und Google. Ja, gut. Na, so viel dazu. Sehr spannend. Ich freue mich schon sehr. Und dazu gibt es bald mehr. Gibt es von dir auch noch bald mehr zu sehen und zu hören? Ich habe tatsächlich nichts abends zu König habe gerade geschaut, weil tatsächlich das ja kurz vor Juli erscheint und da habe ich dann ja auch keine Events mehr, weil ich ja dann Urlaub mache im Juli. Das heißt, das einzige Event, das es noch gibt, ist ja das, das ich schon angekündigt habe und das wir auch in den letzten Folgen schon angekündigt haben, nämlich die große Podcast-Party am 24. Juni, 500 Folgen Sternengeschichten-Podcast und zwei Jahre das Universum-Podcast, ist, was wir feiern werden in Wien im Prater, da wo das schwarze Loch aufgetaucht ist, aber nicht ganz dort. Daneben, quasi, ja. Auf der Arena-Wiese ist das, was wir machen wollen. So ab 17 Uhr werden wir auf dieser Wiese anwesend sein. Es wird Essen geben, es wird Trinken geben, zumindest dann, wenn ihr Essen und Trinken mitbringt. Also ich bringe schon ein bisschen was mit, aber je mehr Leute kommen, desto mehr Leute sollten auch was mitbringen, dass wir dann alle da so ein bisschen in der Wiese sitzen können und plaudern können und Fußball spielen können und in Löcher fallen können und was man halt so macht in Wiesen beim Picknicken im Brate und schauen, dass wir einen netten Abend haben. Also dieser, ich verlinke in den Shownotes die entsprechenden Informationen und sag doch mal, es ist der 24. Juni, weil ich in den letzten Shownotes nämlich den 26. Juni reingeschrieben habe. Ich habe es dann eh gleich korrigiert, nachdem ich darauf hingewiesen wurde, aber falls jemand den 26. Juni im Kopf haben sollte, vergesst das wieder. 24. Juni, da findet das statt. Im Brater auf der Arena-Wiese, in den Shownotes, gibt es mehr Informationen dazu. Wenn ihr kommen wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr kommt. Das wird nett. Und ansonsten passiert bei mir nichts, weil danach im Juli mache ich Urlaub und was danach kommt, werden wir sehen. Machst du noch was? Nein. Sehr gut. Na, oh ja. Nein, ich mache sehr viel, aber alles privat. Also nichts, wozu ich euch einladen darf. Okay. Ja. Na, wunderbar. Dann können wir eigentlich gleich zum Feedback und zu den Spenden übergehen. die auch wieder eingetroffen sind. Genau. Ein paar sind auch wieder eingetroffen. Es waren nicht zu viele oder es kommt euch vielleicht nicht zu viel vor, weil wir ja, wie gesagt, erst letzte Woche den letzten Podcast aufgenommen haben. Aber vielen, ganz herzlichen, wunderbaren Dank an euch Spender und Spenderinnen. Ihr wisst ja, wir bekommen kein Geld von niemanden außer euch für diesen Podcast. und wenn ihr uns Geld spenden möchtet, worüber wir uns natürlich sehr freuen, was ja überhaupt nicht notwendig ist, aber wir freuen uns, dann könnt ihr das tun. Es ist voll nicht notwendig, dass wir uns freuen, aber wir tun es trotzdem. Es ist Zeit, dass dieser Podcast auch wieder vorbei ist. Wir, PayPal, könnt ihr uns Spenden zukommen lassen oder über Steady und Patreon, da könnt ihr auch ein Abo für regelmäßige Spenden abschließen. Wir bedanken uns bei den Spendern und Spenderinnen, die seit dem letzten Mal dazugekommen sind und zwar danke an Marco, an Robert, danke Kerstin, herzlichen Dank Matthias und Heinrich. Ganz, ganz vielen Dank. Ja, und in den nächsten Folgen, wie gesagt, wir haben es am Anfang schon kurz erwähnt, die nächsten Folgen werden ein bisschen anders werden als die anderen Folgen, weil ja die Urlaubszeit anfängt. Also ich bin im Juli nicht da, die Ruth ist im August nicht da, dazwischen haben wir auch noch andere Termine und Arbeit und so weiter und wir wollten trotzdem, dass ihr was zu hören bekommt in diesen beiden Monaten und nicht komplett die Podcast-Folgen ausfallen müssen, weil wir ja ein bisschen andere Sachen machen wollen. Deswegen haben wir jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen kurze Sommer-Urlaubs-Folgen aufgenommen. Das soll heißen, wir haben Geschichten aus der Astronomie gesucht, die man mit ja viel Fantasie als Sommer-Urlaubs-Geschichten betrachten kann, haben da ein bisschen diskutiert drüber, aber das Ganze drumherum dann weggelassen, also die Folgen, die jetzt im Sommer erscheinen, werden kürzer sein, die werden so 30 bis 40 Minuten dauern. Wir haben da keine Fragen, die wir beantworten, wir haben kein neues aus der Sternwarte in diesen Folgen, das heißt, es gibt wirklich nur eine kurze Astronomie-Geschichte über Weltraum-Urlaub oder auch nicht und die erscheint dann auch wie immer jeden Dienstag, bis wir, nicht jeden Dienstag, was sage ich Ihnen da, die erscheint dann jeden zweiten Dienstag, bis dann im September das normale Programm wieder aufgenommen wird, das heißt, da werden wir dann auch alle Spenderinnen und Spender vorlesen, die bis dahin dazugekommen sind, was wir jetzt nicht tun konnten, weil wir es ja vorab aufgenommen haben. Wir werden auf Feedback eingehen, das in der Zeit eingelangt ist, sofern es noch relevant sein sollte. Vielleicht hat sich auch einiges davon schon von selbst erledigt. Ansonsten, ja, nutzen wir die Gelegenheit, um euch erstens auch einen schönen Sommer zu wünschen, wenn ihr denn die Möglichkeit habt, auf Urlaub zu fahren oder euch sonst zu erholen oder was auch immer ihr tut. Wir hoffen, dass ihr wenig Stress habt und zweitens nochmal zu sagen, wenn ihr vorbeikommen wollt am Freitag, dann kommt vorbei, dann wünschen wir euch nochmal persönlich einen schönen Sommer. Und wenn es sonst nichts mehr gibt, hast du noch was zu sagen, Ruth? Nein. Dann, ja, klingelt jetzt die letzte Glocke und wir haben Sommerferien. Frei! Bis zum Herbst. Macht es gut, wir werden euch vermissen, aber wir sehen uns wieder. Jawohl. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020